Jetzt hat das Spiel auch mal gestartet. Dann wollte ich es auch mit dabei. Mal schauen, ob er heute mit dabei ist. Mal sehen, wie lange. Bist du das erste Mal eine Flächenattacke einsetzt? Also 5 Minuten. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein... Vielleicht ist mein PC auch in Italien gekommen, aber es ist halt seit dem Update so. Deswegen glaube ich, dass es am Spiel liegt. Erstens, ja, ist er. Zweitens, nicht der Punkt. Es ist halt... Also in der Aufnahme von Dark Urge ist mir das jetzt schon zweimal passiert. Ausgerechnet bei der Attacke mit dem Eis... mit dem Eissturm, der Schneesturm war das. Der Schneesturm war das. Da, wo die... Das Spiel in der Mitte gefriert. Und auf einmal abbricht. Also, ein paar interessante Bugs dazugekommen. Mal schauen, ob die Bugs vom letzten Mal behoben sind. Das wird spannend. Das ist doch die... Ich muss eh erst mal reinladen. Bevor ich den einladen umschieben kann. Ja, ja, alles gut. Schauen wir mal, ob wir noch... Ob wir schon wieder Tränke benutzen können, oder... Wahrscheinlich nicht. Dann wird es interessant. Aber wir sind schade genug, dass wir es trotzdem hinkriegen können. Sind wir eigentlich in dem Durchlauf schon Level 12 gewesen, oder? Oder haben wir noch Chancen zu leveln? Nein, wir sind nicht Level 12 gewesen. Wie kommst du jetzt auf Level 12? Dann war das ein Dark Urge, wo ich mit Level 12 nach 3 angekommen bin. Wenn man vorzeitig Level 12 wird dann... Das macht das Spiel irgendwie ein bisschen... Weil die HP, die du für gewisse Sachen kriegst, die fühlen sich nicht mehr ganz gut an. Und dadurch... Wenn wir jetzt nur noch als Zahlen drinstehen und nicht mehr wirklich... Irgendwas bringen. Fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an. Ja, das ist wahr. Wenn du HP kriegst, aber damit nichts anfangen kannst. So, ich bin drin. Das ist schön. Kann ich dir mal eine Einladung schicken? Nee, lass mal. Du hast eine Einladung. Ich bin in der Unterstadt gespawnt. Das muss ja erst mal noch. Dann kann das ja erst mal in halbem Sprengladen. Jetzt muss ich noch Einladung annehmen. Ja, wir haben ja Zeit. Und die Spieger tritt bei. Ach, ich kann jetzt auch den Beitritt... Ich habe jetzt ein Fenster gekriegt, dass du beigetreten bist, dass ich hätte dich auch ablegen können. Das wäre... Das hättest du schon die ganze Zeit. Das hättest du immer machen können und ich frage dich immer, warum du es nicht machst. Ja. Heute machen wir also weiter, damit die gesamte Unterstadt umzubringen... Okay. Nee, wie finde ich das? Lutsch. Haben wir auch noch nie. Wir machen das freiwillig. Nicht, weil wir gezwungen sind. Ja. Wir haben ja endlich ein Quest auf der Karte, die noch nicht geladen hat. Cool, bei mir hatte Gustav Def einen Fehler. Gustav Def? Schickst du mir noch eine Einladung? Ich weiß es nicht. Das ist schon eine. Was ist hier los? Ich habe gerade die Anzeite geladen, jetzt hatte ich eine Fehlermeldung. Schick mir mal noch eine. Das ist interessant. Du hast noch eine. Ja. Ich wollte es niemals einfach sein, Puss. Jetzt bin ich verstanden, ob es funktioniert, ob ich wieder einen Fehler kriege. Dieses Körper wurde desigertet. Displayet. Und es gibt nichts randomes. Modifikationen, Gustav Def und ohne abhängige Elemente passen nicht zu denen des Servers. Interessant. Anscheinend hat einer von uns Mods installiert. Hast du Mods installiert? Ich habe keine Mods installiert. Nein. Das ist schön, ich hatte das Spiel seit zwei Wochen nicht mehr gestartet, deshalb habe ich auch keine. Dann musst du das Spiel nochmal neu starten vielleicht. Ich werde jetzt einmal kurz über verwalten, das ganze Ding neu installieren lassen. Na, jetzt da gehen könnte ewig dauern. Das könnte dann... Nein, einmal überprüfen lassen, das geht ja. Joa, ich meine, dass es am Ende des letzten Streams Probleme gab, weiß ich, aber... Dateien auf Fehler überprüfen. Ich hau mal Dateien auf Fehler überprüfen durch und dann gucken wir mal. Na, sonst, wie geht's so? Dann laufe ich hier schon mal in der Stadt ran, danke und schon mal, welche Quest war denn wir annehmen, falls du mal dazu kommst. Wir hätten... Wir hätten die Morde aufklären. Das... Was... Ich bin jetzt bei einem Prozent, ich glaube, ich komme heute nicht mehr dazu. Wir haben hier eine Quest, die direkt zu Urin führt, mit den Morde aufklären. Die sollten wir mehr oder weniger angehen. weil, weil... Weil ich hab... Ich hab in Dark Earth die vernachlässigte und dann nach einer bestimmten... Nach einer bestimmten... Zeit im Spiel sind gewisse... sind... gewisse... Quests davon nicht mehr verfügbar. Du musst... Du bist irgendwie gezogen. Ach, du meinst, die ziehen tatsächlich ihre Morde durch, die sie ankündigen? Mensch... Du musst tatsächlich in gewisser Weise mit daran machen. Also sind wir schon ein bisschen... Aber ansonsten würde ich sagen, die Sache mit der Stahlwachenfabrik, die sollten wir relativ schnell angehen. Da mal ein bisschen... die Questlinie mit... Falls das jemand dazu kommt, jetzt mal mal weit spielen. Ich schalte die Stahlwache aus. Ich bin gespannt. Finde heraus, wie die Stahlwache außer Betrieb genommen werden kann. Rotasch wird von den Stahlwichtern beschützt. Wir sollten herausfinden, wie die Stahlwache außer Betrieb setzen können. Das... Ich weiß nicht, wie... Wo... Das ist auf jeden Fall wir müssen mal dafür zur... zur Bank. Und da mal... einbrechen. Und... Okay, dann mach ich das mal... Ne, dann müsste ich dich glaube ich dazu haben. Das ist ja am besten. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück nach... in die... Vorstadt nach... Ja, wir müssen... Nach Röhringen, weil... Da ist nämlich noch Urin, da können wir noch einmal Urin verkloppen. Die müsste dann noch Urin ein... Sollte ich hier... niemals durchkommen, ich bin jetzt bei sieben Prozent. Wir gucken mal. Joa... Die Frage ist, ob das was dann ergibt. Ich weiß nicht, aber mehr als das tun kann ich nicht. Joa, das ist müde. Florek, der former Advisor für Juha-Ravengaard, hat an dem Punkt hab ich mir dann auch ein paar Mods installiert und noch einen privaten Sprechstand starten, wenn es eh nicht funktioniert. Und die Leute von Balders Gate. Sie wird fünf Tage errichtet. Du bist ein... Du bist ein... Und? Was gemacht haben? Das hätten wir zu der irgendeine Beziehung. Ich kann dich erst mal mitnehmen. Ja, du, du kannst auch einfach privat spielen. Ich hab mir jetzt grad ein Programm aufgemacht, ich bau jetzt ein bisschen Karten. Ja, wär blöd, jetzt den Spielstand ohne dich weiterzumachen. Das ist nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, von mir aus an dem Punkt können wir es auch abbrechen, weil ich hab keinen Bock, wenn das Ding halt immer noch so ein Buggy-Mess ist. Nee, ich würde das schon gerne auch ein bisschen weiterspielen mit dir. Wenn wir da... Vielleicht kriegen wir es noch hin. Also falls es ist dein... Oder ist ein PC-Neutstart oder so? Das hat nichts mit meinem PC zu tun, sondern mit dem Programm beziehungsweise... Ich hab hier Vicar-Klein-C. Ich will die Marien... Okay. Ich muss hier ein bisschen raus tun. Ich teste irgendwie fest, aktualisieren. Mach mal, dass das noch was wird, ansonsten... Spiele ich jeden Tag wünsche ich noch ein bisschen weiter oder so. Keine Ahnung. Ich bin Vicar Humble Toes. Ach ja, ich hab mich in den Zwerg verwandelt. Ich meine, bis letztens die... Schön. Internet sagt übrigens bei mir gerade... Hallo? Nein? Du machst jetzt nichts online? Großartig. Also ich hab auch immer wieder hier abbrüche, das ist... sehr nervig. Oh ja, ohne Resurrection... Aha, okay. Hm? Was hast du... ...one Resurrection gefunden? ...one Resurrection... Ach, der verkauft ein paar Sachen. Dann geben... können die leute zu dem gott ich habe mannte des des heiligen kriegers kurz fahren der soll glaube ich nicht schlecht sein dann habe ich hier handschuhe belebende hände die hände wenn du eine kreatur heißt erhält sie ja den effekt von klingen bann wenn du eine kreatur wieder beliebt erhält sie den effekt von todesschutz ich glaube die sollte man das ist gut gerade als paladin sollte ich die glaube ich mal besitzen du belebst aber niemanden wieder das ist kleriker ausrüstung macht einer von euch als darin ist magier das mönch klar das war wir haben wir haben keinen kleriker das heißt das ist alles los ich bin paladin druide also aber zudem ja du kannst du heilen tue ich jemanden und klingen bahn dafür ja aber klingen bahn ist scheiße das ist wirklich komplett useless da haben wir hier noch der heilige stern bewirkt über einen treffer einzug lang leucht cool beim ziel geweihte waffe gut wenn du ein bild dafür hättest aber hast du diese waffe getroffene untote kreaturen werden möglicherweise vertrieben wir haben keine untoten mehr was für australien sind durch nein der holt sich untote bekämpft sie nicht ansonsten der mantel des kriegers sei den kriegers hervorrufendes zauber des dritten gerades bringt er also nützlos das zeug endlich die mannte habe ich ja letztes mal gekauft zu wenig kult du und zu wenig gold war es der mantel war wohl teuer ja scheinbar einfach zu wenig gold verkauf mal ein bisschen was ich habe noch 8 stunden bücher da kann ich nicht noch weiter lesen ach wie stimmt du liest die erst tatsächlich wenn es nicht juckt ich meine ich habe die jetzt noch nicht auch in der deutsch modus auf andere medien bekommen und habe die schon gelesen hast du umgebracht wirklich da war der beste charakter war ein relativ langsam langweiliger kampf weil mein kampf einfach zu stark war der kampf war einfach dark urges generell unfassbar stark wenn du einen wenn du einen assassin und diesen unsichtbarkeitsmantel jeden kampf gewonnen es raffael war einfach unglaublich schlecht in diesem kampf war einfach die meiste zeit lag er rum als ich fand es relativ lustig wie er rum lag sind die meiste zeit durch die durch die durch die hessen so ich habe es immer golems genannt aber diese hier gole nähti dieser diese schlamm feuer wasser und äh mytheten ja das ist anders das die niedrigere sache elementare elementar genau das war es die kunden als dadurch dessen er der mitte hatte der hat sich hat immer neben ihn gestellt und hat die nun umgeworfen mit seiner attacke und da ich habe meinen barbaren dargültig neben ihn gestellt und den und und den er hat der mitte hat ihn umgeworfen und so und dadurch der rest hat sie hat gegen die anderen leute die so im saal standen gekämpft also der kampf lief einfach nur gegen zwischen uns zwei ab er lag raffael ab die ganze zeit und und ich habe drauf gehauen hat quasi nix gehabt hättest dann hätten die noch bonusschaden wenn er das war relativ lächerlich können ja wirklich ziemlich lächerlich ich war stark kommen wie wenn du leute davon locken kannst das ist das kannst du auch als fighter theoretisch es gibt einen schlag mit dem du leute auf dem boden schlagen kannst das ist immer relativ fanny oder das benutzt wenn es hat eine weile gedauert weil er hat 600 666 hp aber das war trotzdem das ist zwar ich habe den ganzen uhr abgemessert stück für stück spieler ist abgezogen so wie sieht es bei dir aus wird es heute noch was 40 prozent ich baste mir gerade meine stadt für meine dntd kampagne dann gehe ich hier schon mal hier schon mal hin ich tue ja hier schon irgendwas ich tue ja hier schon irgendwas ich hab mir noch nie irgendwelche mods dafür untergeladen und so aber ich auch nicht ich kann mir vorstellen dass es daran liegt ich hab dann nicht ich habe sich eine mod für dieses spiel ich auch nicht aber wenn ich jetzt sowieso daran scheitern werde ich mir definitiv ein zwei runterladen weil warum dann nicht kannst du kein multiplayer mehr spielen und funktioniert ja eh nicht ich habe eine nachricht gefunden hey mein geschwätziger freund ein paar meiner kollegen haben ihren rechtzeitigen tipp bestätigt daher habe ich beschlossen eine weile urlaub zu machen ich habe euch ein kleines dankeschön hinterlassen okay ich habe einen ring geklaut ich habe einen ring geklaut ah das ist schön keine ahnung was das ich habe mir den vernachlässchen da muss man meinen großen bum bum wofür ich später machen ähm das war komisch Was denn? Was ist passiert? Ich habe mich gerade zurückverwandelt Ich war ja als Zweck verwandelt Und war auf einmal nur ein nackter Kopf Ohne Haare und Beine da Ach das ist ein klassischer Bug Das ist wie bei Cyberpunk Wenn du plötzlich Motorrad fährst Und dann stehst du auf dem Motorrad In T-Post Ohne Hose Ich gehe mal in die Tavern 11 Ich habe gesagt, vielleicht können wir da mal ein bisschen was Vielleicht da ein bisschen katschen Ich komme bestimmt irgendwann auch nach Oder nicht Soll ich mal den Beleidigungswert Ich habe gesehen davon, dass die Grafik noch nicht ganz nah genannt sind Was teilweise sehr lustig aussieht Bei der Kleidung Hey smarte Sachen Ich bin Willoughby, der Komedian Der Komedian Ich habe mich immer noch ein Lachwut Willst du spielen? Willst du spielen? Ich mache mich neugierig Was ist ein Lachangriff eigentlich? Das war keine Beleidigungszimmer Das waren Witze-Duel Wunderbar das kenne ich gut Ich bin dabei Ich bin dabei Es ist alles über die Bofo-Jox Wir sehen, wie du kannst die lustigsten historien erzählen Und der Winner bekommt das Preis Ich bin sicher, dass ich zu töten bin. Ich bin sicher, dass ich zu töten bin. Ich bin sicher, dass ich zu töten bin. Crap, ich gehe erst, um zu zeigen, dass ich zu töten bin. Ich bin sicher, dass ich zu töten bin. Nein, der Klassiker ist. Du wirst, was ich zu töten bin. Aber meine Frau ist mit einem Kampio. Das ist richtig. Nichts, keine Fienzzone. Wir haben einen Drow-Komedien gehabt. Wie gesagt, das ist so der Klassiker. Wenn du ein neuer Abenteuer hast, Rappen töten lassen. Immer. Dann fragte ich sie, wie viele Drowe es braucht, um eine Torch zu lösen. Und sie sagte, nichts. Wir haben eine schwarze Vision. So habe ich sie töten. Die Elf-Song-Patronen denken, das ist lustig. Es gibt vielleicht noch Hoffnung für dich. Dein Geil, smarte Sachen. Schau sie tot. Aber nicht wirklich. Hast du das? Wie heißt der Wilbuff? Wilbuff B, der Kommandant. Waren seine Witze wirklich so gut? Oder sieht er nur komisch aus? Was ist der Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Landteil? Den Landteil kann man nicht werfen. Edequat, aber nicht besser. Das ist fies, Zwergehasnes geworfen zu werden. Okay. Wisst ihr, warum ich Vampire nicht ausstehen kann? Die sind immer so bissig. Ich habe neulich einen Drachenblütchen kennengelernt und fand ihn echt süß. Aber dann habe ich bemerkt, dass er lauter Schuppen hat. Wie geht's? Das kommt mit deinem Charakter besonders gut. Ja. Ich wollte mit einem Zombie wiederbeleber ausgehen. Sie meinte aber nur, sie sei nett romantisch. Aha. Einschüchtern. Wie nennt man einen Raum voller Leute, die nicht applaudieren? Tod. Ich habe einen Drachenblütchen kennengelernt. Aha. Macht er auch mal Witze, oder mache ich nur Witze? Lass uns mal über die Toten drei reden. Die Flaschen, warum kriegen die Banditen nichts auf die Reihe? Sie scheitern immer zwischen Tür und Angel. Ah, ja. Ach, die Banditen. Ach, warum? Ah, okay. Der Dwerger, Sklave eines Gedankenschinders, hat seine Nase verloren. Also fragte ich den Ifith, wie riecht er denn? Er antwortete, ich habe sein Gehirn verspeist. Das ist so schlecht. Egal wie sehr du nicht mit Seife schrubst, dein Magier ist Zauberer. Oh Gott. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Wobei, Magier sind keine Zauberer. Das macht es doch besser. Der ist nicht schlecht. Oh Gott. Der ist nicht schlecht. Der Zauberer-Witz war, der Zauberer-Witz war sehr gut. War er halt nicht? Natürlich, ich hatte mehr zu trinken, Mann. Ich habe einen Lachwettbewerb gewonnen. Und alle finden es lustig. Zwei Trinken, ein Stranger. Ich finde es lustig, dass du gewonnen hast. Ja, ich auch. Du bist nicht wirklich zu diesem Klammer hören, sind Sie? Ich bin sehr nahe, die junge Frau. Dillatete Pupil und Palpitzen. Sie ist eine Silke-Groß. Sein Wutz ist kein Spielzeug. Geht nach Hause, in eurem Zustand ist das mir draußen nicht sicher. Ihr seid am falschen Ort, Seidenkopf. Ihr gehört in die Hintergasse. Habt ihr was für mich? Wie läuft's bei dir? 82. Die Frage ist, ob es dann auch wieder... Ja, und danach, ob es dann auch funktioniert. Ansonsten bleibe ich einfach im Korn und du kommentierst. Ohne dass ich weiß, worauf's geht. Ja. Du kannst den Stream einschalten. In dem Steam mit einem Mods-Messing-Delay gucken. Niemals. Niemals. Dann machen wir Speedrun draus und ich renne direkt zu Uhren und Gotash. Und wir kehren die in einem Zug. Ja. Und dann zum Nether-Brain, dann machen wir das in einem Steam. Ich mein, kann man ja. Prinzipiell. Ja doch, wir sind... Wir sind Stufe 11, zumindest. Wir sind Stufe 11? Wann sind wir Stufe 11 geworden? Das heißt, zumindest irgendwie... Eine Stufe muss es irgendwie noch geben, aber... Stufe 11 haben wir schon erreicht. Wo ist das confounded Mob? Dann mach ich doch die Untersuchung, die Morde... Sachen und... dann sofort zu Uhren rein. Das war eine rhetorische Frage. Wann weißt du, was das bedeutet? Nein, natürlich nicht. Du wirst nichts über Rhetorik sein. Dann verpassen wir... alle anderen Quests, in was es geht und... gleich zum Endkampf. Wir brauchen auch nicht die anderen Quests, alle machen. Das ist doch nervig. Ich muss mehr Arbeit reinstecken in dieses Spiel. Ich bin Mop. Was gibt es noch? Sprich, mit Panzerhandschuh, Deville Laymen... Euch nur hoch? Dann geh ich mal Ratten töten. Mach das. Herr Koch Druide, warum redet ihr nicht mit ihm? Ja Ok Ok Ich bin hier um euch zu warnen, euer Name steht auf dieser Liste, der Mordopfer, ihr müsst euch verstecken. Ihr werdet von den Ballisten bei Dostor ermordet? Nö, ich brauche die Ratten jetzt. Bitte gehen sie ermorden. Eine richtige Reaktion. Der Imperator. Stimmt, der hat ja seine, der hat ja seine, der hat ja seine Gefianke dort unten. Der hat ja sein Quartier und die Flanke hier. So, dein Charakter. Das ist für mich, wie ich mit deinem Charakter angreifen soll. Schattenmantel hast du nicht. Ist nicht schattig genug. Schattenschritt kannst du auch nicht. Bist du dunkel? Ja, das ist relativ dumm. Ich kann sporten. Du hast drei verschiedene Arten von Sport. Ja, ich habe viele Sachen, die aber nicht nützlich sind. Okay, erfolgreich überprüft. Dann schickt mir nochmal Einladung. Ich starte diesmal... Ich klicke diesmal an, bevor ich das Spiel starte. Vielleicht bringt es das. Du hast eine Einladung. Ja, Einladung ist da. Ich gucke, ob es funktioniert. Spiel startet auf jeden Fall. Ich habe ein paar umsinnige Angriffen mit dir. Aber die Flächenangriffe werden... Im Zweifel einfach Flurry of... Im Zweifel einfach Sneak Attack und Flurry of Blows. Spam einfach die zwei, dann ist das schon gut. Flächenangriffe wären hilfreich. Ich habe keine. Ich habe Darkniss. Wie kann nützlich sein? Sie ist so brennend. Okay. Haben wir alle immer noch... die ganzen Sachen von Carla verfügbar? Keine Ahnung. Attraktionen. Ich meine, damit kann... Astarion sich selbst anzünden und das Feuer... in der Hand verwenden. Ganz recht nicht... Astarion war noch nicht dran. Können wir gleich gucken. Wenn ja, könnte das nämlich die Erklärung sein, warum ich nicht reinkomme. Weil das ist so ein Spiel so sehr verpackt, dass die Spieler sich verhindert haben. Und das quasi als Mod... Nö, kann er nicht. Okay. Benutzt halt irgendwas von Wild Magic. Kommst du rein? Ich hab dich grad zugelassen. Ich gucke. Ich gucke, ob ich reinkomme. Ich bin bei 100 Prozent. Nein! Scheiße. Nein! Gustav sagt nein. Das ist schlecht. Dann kann ich... Dann kann ich das Spiel auch an dem Punkt deinstallieren. Schade. Ähm. Ja, dann hau ich es runter von der Questplatte. Es ist nur Platz weg. Bis ich Mods reinmache. Also hat sich Distance Bay heute mit dem Double Bandit. Ja, damit hat... Damit hat Larian gesagt, ihr zwei spielt nicht. Schade. Ja. Bisschen. Dann spiele ich das jetzt mit deinem Körper. Du brät's mich mal ein bisschen. Jaja, wir können ja... Wir können ja quatschen. Soll ich dir schon mal Palworld kaufen? Ja, und ein Projekt brauchen wir als nächstes. Mann, das ist ja heute so gut wie... Ich... Entweder für tatsächlich Palworld oder für Nightingale. Die sind beide ziemlich cool. Das ist Nightingale. Äh, das ist dieses... Das, was Kong als Placement gespielt hat. Dieses viktorianische Survival-RPG-Ding. Ich hab bei beidem... Bedenken. Auch bei Palworld. Ich weiß nicht, ob mir das lange gefallen wird. Oder... Na gut, wenn du mir das kaufen willst. Ich guck mal, was ich sonst so an Sachen hab. Ansonsten können wir auch Little Company einfach machen. Und brauchen noch ein paar mehr Leute. Zur Not hätten wir auch noch Raft. Oh Gott. Oh, das eine Spiel hier ist raus. Das mit dem Flugzeug und dem... Alkohol. Aber... Aber... Wie hieß das Pal... Pokémon? Ähm... Ja, das ist genau das. Ähm... Da hab ich... Ich hab gedacht... Ich hab ein paar... Ich hab so oft diese ganzen... Instagram-Mobiles, beziehungsweise TikTok-Sachen gesehen. Also... Probieren würde ich's mal. Das hat die Frage... Also... Es macht Spaß. Sagen wir mal so. Ansonsten wie gesagt, ich guck gerade, was sonst... Wenn der Gabe... Wenn der Gabe... Es gibt... Ein Spiel, auf das ich schon sehr lange warte jetzt plötzlich. Wenn der Gabe übrig hast, mir eine Version davon zu schenken. So... Ich hab kein Geld übrig, aber... Im Zweifel... Ich kann's mir grad nicht... Holen. Naja... Ich guck einfach mal. Kebab-Chefs wär noch verfügbar. Ja... Na klar, aber sonst... Warum hab ich mich grad selbst geheilt? Ich mach ja einfach nur mal Blödsinn. Ja... In dem Rattenkampf. Ähm... Da muss ich einfach mal reingehen. Greenhead hat ein Update. Weiß ich nicht, ob das Multiplayer ist. Smite! Natürlich! Soll ich den in die Flankenkampf gleich hinterher schieben, oder... Ich mach einfach mal... ... Ich mach einfach mal... Void Train könnte man natürlich reingehen. Ich hab natürlich keine Ahnung, wie man... Dein Charakter halbwegs gut spielt, aber... Das ist nicht so komplex. Was für eine Wünschliste? Das hab ich bei allen anderen auch nicht. Uh... 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 Reißmesser... Ja, ist auch gut. Uh... Das hier ist auch was für eine Wünschliste. Ich bin doch blöd. Ich kann doch einfach auf... dem gucken, was ist denn Multiplayer-Sachen da. Das ist einfach ein paar Wortspielen. Ich guck... Ich kann trotzdem gucken. Vielleicht finden wir irgendwas, was lustiger ist gerade. Na, ich weiß nicht. So, Online-Koop. Wie wär denn mit Online-Koop? Versteht uns doch am besten. ... Heldervas 2. Also wir haben die Razzombosik. Entschrouded. Hm, ich weiß nicht. Find ich nicht so gut. Elden Ring... Nein. Ich weiß ich was so nicht machen würde. Nein. Ah, PUBG. Nein. Warframe... Nein. Rainbow Six... Wie gesagt, Lethal Company könnten wir jederzeit machen. Das ist spaßig. Da hab ich... da hab ich hab's nur keinen Bock drauf. Hm, schade. Ich hätte auch nur keine Leute, mit denen ich spielen kann. Kann Astaren vielleicht... Oh, Zombie. Kann er vielleicht von Ratten einen Zombie bewegen? Im Leben? Hm, nein, sonst brauchst du so einen Spondroiden. Verdammt. Also theoretisch könnten wir Wobbly live spielen, aber das ist wieder sowas, was wir für zwei Streams machen und das sind die 13 Euro nicht wert. Was ist die Geschichte? Also, bevor ich in den Kampf starte, wenn ich in die Flanke gehe, mach ich nochmal einen Rast. Du kannst wirklich nicht reinkommen, weil sie müssen... Ne, kann nicht, aber sie haben auch genug versucht. Ich kann das Spiel nochmal komplett neu erzählen, aber ich glaube, das liegt an deinem kaputten Spielstand. Nochmal neu anfangen, nein. Ich meine... Versuch's mal neu zu uns dann... 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 Wir hätten... Wir hätten... Wir hätten... Ich... Jetzt hätte das jetzt nicht nochmal neu. Ja, nein. Ja. Ja, äh... Wir werden... Wie das mit einem Borderlands Teil? Borderlands 3 besitze ich. Äh... Ich kann dir Borderlands 2 holen, das kostet... 7,70. Kommt ja auch bald der... Der Film raus, der von... Wenn dann... Wenn dann... Wenn dann... Wenn dann... Wenn dann... Wenn dann... Wenn dann spielen wir Borderlands 3. Aber... Aber... Aber Borderlands... Ah, ich weiß nicht, Borderlands ist nicht... Das ist... Ich glaub da mal... Ich weiß nicht, wie lange Spaß ich daran habe. Ja. Das ist ein bisschen dieses... Ja, das war mein Problem damit. Das ist ein bisschen... Da ist mir ein bisschen... Das muss schon eine gute Geschichte haben, finde ich. Und ich... Ich find's halt so wild, was manche Leute in den Kommentaren unter dem Borderlands Trailer sagen. Dass der Film zu lustig wäre, zum Beispiel. Weil Borderlands ist ja eigentlich... Borderlands ist ja eigentlich so erwachsen und düster und alles. Was? Weil ich mir die ganze Zeit gedacht hab... Ja, ich hab mir die ganze Zeit gedacht... Aber... Irgendwas ist mit dir falsch gelaufen. Kannst du denn, dass du Rage und Borderlands verwechselst? Also Borderlands ist doch... Und... Borderlands ist eventuell ein bisschen zu kindlich. Äh, so ein bisschen zu... Äh, so ein bisschen zu... Äh, nicht kindlich, sondern kindisch. So ein bisschen schwachsinnig. Dann ist es so kindisch. Dann ist es so ein bisschen... Ja, Humor manchmal in dem Spiel ist ein bisschen... Ja, aber das verstehen... Das verstehen ja die Leute nicht. Weil es muss... Es ist ja alles so cool. Weil das war vor 20 Jahren super... Super toll. Oh... Wollen wir... Ich hab hier grad ne Cutscene. Frage Woll... Mit Will? Oh, schön. Ich muss das jetzt sagen, nur um es komplettiert zu sagen. Wollen wir in Suicide Squad Kill The Justice League reingehen? Nein. Ah, Metara kommt. Die hat mir irgendwas zu verkünden. Ja? Die hat mir auch gar nicht. Ne, mit Zora. Ich glaub ich seht hier mal. Ich bin zaubert irgendwas. Ich seh ihn auch irgendwie. Äh, jetzt kommen mehrere mit sowas. Was zum Fick ist jetzt los. Ich glaub Will wird einklassiert. Ich glaub will wird einklassiert. Be mein Testament. Das hab ich jetzt schon wieder gemacht. Der war komplett inaktiv. Irgendwas verheerendes passiert gerade. Du sitzt in Beator. Holy Hells. Wie? Wie? Was fühlt ihr im Schilde? Stellt mich bitte euren Fremden vor. Die Herzog wurde entführt. Wie geht's jetzt weiter? Ich komme zum Beobacht. Die Hells demanden Beobachtung. Dein Parasite verbindet sich mit Will's. Und deine Erinnerungen fliegen in ihm. Das ist ein paar Teufel. Soll ich es nicht einfach angreifen? Ich meine... Du hattest keine Chance gegen ihn. Du hattest keine Chance gegen ihn. Wo hattest Gortash meinen Vater? Wie schaffe ich ihn? Sie sind quasi eine Stufe unter den... Sie sind quasi eine Stufe unter den... Sie sind quasi eine Stufe unter den... Denen die die einzelnen Höllen kontrollieren. Und die sind eine Stufe unter Göttern. Also... Ich meine Raphael. Aber ich habe auch mit dir keine Chance gegeben. Ja, Raphael ist auch nichts. Er hat ein Haus. Kontraktos Tevolcamos. Das war schon von der... Von der Ikone wollte. Wie macht der Fall war? Ihr Kontrakt... Will... ...signed in Blut... ...bohrt in Feuer... ...bohrt in Feuer... ...bohrt... ...nach... ...nach... ...undbohrt... 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 ...welten Url... ...kontrapt... ...atmisschen rotationen. Ja, das ist Will jetzt kommen...! Mach... ...liven..... ...lass ihn einfach mitgehen... Will... ...Ravenguard... ...a Wahl... ...wil ist nicht im Team... Option 1... Ich zeige dir die Weg für dein instantly re erstes... ...deh ins Auto... Ach ja, das hatte ich schon. Das ist jetzt der Pakt, es wird ihm vorgeschlagen, dass er sich selbst opfert, um seinen Vater zu retten. Den Herzog Gravengart, oder dass er frei ist, dass er frei ist und Herzog Gravengart dafür ist. Aber dann verlieren wir auch Karnach. Karnach ist so ein bisschen... Ich lasse ihn nicht, Will. Silent, Herr Schäfer! Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Lass euren Vater sterben, wenn die Stadt frei ist, nehmt ihr seinen Platz ein. Nimm das dritte, würde ich sagen. Du verdammt wirst. Schauen wir mal, was passiert. Karnach wird uns nicht auch abhauen. Mach es dann. Klampe meine Seele für Zario. Das ist schon ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Fiat Ita. Fiat Ita. Rorin steckt das noch mal. Warum wollen die alle einen Fiat haben? Wer bist du denn mit denen? Das ist alleine ein bisschen Scheiße. Rorin, komm schon mal. Sieht, du hast eine neue Mission, oh, Pup. Geh, save deinen Vater. Er ist in einem großen Nassupus. Gortashs secret command center and prison. Glück für dich. Oh nein, das ist anscheinend der Weg, wo er im Team bleiben kann. Interessant. Nach allem, ein Deal ist ein Deal. Wissen Sie was, ich denke, ich werde sich umgekehrt. Ja. Nicht für die größte Gute, wenn du verstehst. Nur für das Untertitel. Aha, okay, na dann. Du hast also den Mittelweg genommen. Ja, gut. Cool. Ich habe die Gesprächsbedarf. Ich habe die Teamspiele durch. Ja, wir gehen trotzdem im Bett. Er will, möchte reden. Scheiß drauf. Übrigens, die Auto-Auswahl langer Rast ist jetzt immer exakt 40. Das haben sie gefixt. Nice. Das ist ja das, den ich auf einmal 500 oder so. Das haben wir es da immer. Wie, wie, wir machen mit Lange Rast? Wie viel verbrauchst du? 2.000 Rationen. 2.000 Rationen. Alles, was wir haben. Ich meine, du kannst das immer noch... Du, ich hab einen Dragon Ball, wollen wir nicht reingehen wollen. Du kannst das immer noch selber versuchen. Weitenspielen wir erstmal das 200. Ja, da fällt mir ein, wir müssen auch immer noch Dingens, wir müssen noch The Past Within spielen. Wo ich jetzt gerade das hier sehe. Lass uns Ball World spielen. Ja. Das kann ich uns auch noch gerade holen. Das sieht auch cool aus. Nee, du meinst... Bisschen Rätseln. Bisschen Coop-Rätseln. Da können wir reingehen, das kostet 2,50. Ah, meine Stadion. Rieske Frein. Nee. Dann suchen wir mal den schnellsten Weg zum Ende. Die Stahlwachen ausschalten, damit wir... Nee, Gortash kann nicht, können wir auch ohne die Stahlwachen. Die Stahlwachen können wir einfach vom Leben lassen. Das ist ja auch Stahlwachen. Du musst Gortash nur die Krönung durchgehen lassen, und dann wartest du auf ihm in seinem Arbeitszimmer, so prügelst du wie. Ja, genau das. Da sind zwar dann 2 Stahlwachen bei ihm noch mit dabei, aber die sind... schaffbar. Du musst weiter gehen. Du hast einen Rogue dabei, das heißt, du kannst mit einer Sneak Attack reingehen. Der sollte nicht lange leben, wenn er nicht vorbereitet ist. Hm, hm. Und Morgung war für mich auch ein bisschen. Ach, Orin, alles. Und der letzte Finale-Kampf ist dann. Nachdem wir Orin und... und den Dingens haben, und Gortash haben, dann haben wir direkt das Meldabe. Ja, ich meine, du müsstest theoretisch noch Verbündete suchen, aber effektiv macht das niemand. Also musst du es auch nicht. Ich hatte Verbündete und habe es in meinem Kampf nicht genutzt. Als ich dann noch... Hast du die Hack mitgenommen? Nee, ich hatte den Alien irgendwie, war er noch mit dabei, aber ich habe es irgendwie verbrennt. Ich bin doch noch nicht hier. Ja, das ist halt das Lustige an den Companys, die haben halt immer noch ihre Standardwert, das heißt, die Hack ist auf Level 4. Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Gefängnke. Ich habe jetzt hier mal ein Level 20 irgendetwas, Monster. Hier ist aber zu hell für dich, um einzugreifen. Ja, das ist hier wieder... So, hier bekämpfen wir jetzt die Gefängnke am besten, dass sie schnell tot sind. Ich kann deinen Kampf dann mit dem Sneak Attack rein. Sneak Attack hast du gerade gesagt. Ja, du musst nur einen Nahkämpfer nahe bei einem Gegner platzieren und dann hast du einen Sneak Attack frei. Einen Schattenschritt hat er, aber das geht gerade nicht. Ja, es ist für Akt 2 super cool gewesen, aber hier sollte nirgendwo irgendwas nicht beleuchtet werden. Fünf Schritt Spurz haben wir hier. Muss nichts nicht verteilen. Raffinierte Abpitionen verstecken. Hier wieder Herstung. Müsste in der zweiten Spalte ganz rechts unten sein. Das Messer und der Bogen. Hinterher die ganzen Fernenkampf. Als Erste angriffen, das Dolriere nichts. Doch, das ist gerade für den ersten Angriff darauf basiert die Assassin Subklasse. Das macht halt einen ordentlichen Bonusschaden. Uh, Volker-Neulz könnte man auch mal helfen. Gleich mal. Ne, kann ich nicht. Wir müssen im Vorteil gegen das Ziel sein, als würde ich... Ja, wie gesagt, du musst den Nahkämpfer nahe platzieren, dann hast du es. Das ist nichts, welcher der Spieler ist. Du kannst es halt nicht mit Dingen stecken. Weil die Kampfkrieger werden, sobald wir hier ran, ja. Wir sind im Nachteil. Ach, ist egal. Ich gehe dir, wie gesagt, nicht um nichts. Was hat es dir in exchange für deine Servitude? Deine Geschichte endet hier. Wir werden die Todes mit... Da, die Magier sind es dadurch. Verstummt. Tja... Spurz. Das sieht auch voll cool aus. Das war nicht karte Klemmer. Zulkaner. Wir können auch alle fliegen. Dann machen wir hier oben weg. Die Magie. Ja. Was ist es geworden? Äh... Schützenlichter. Oh, das ist nützlich. Naja. Naja. Das war sinnlos. Oh, stimmt. Outboard konnte man zu zweit spielen. Hm. Die Protanen müssen relativ bald auskriegen. Was ist da mal aufgeschickt? Ach, verdammt. Es ist Bewegungsreichweite, weil es noch nicht hart ist. Ja. Okay, Magic Missile. Ja, ich mach mal ein bisschen Musik an. Mach das. Es ist die Wunderschöne. Außer alles. Ich kann nicht schlafen. Ja, zwei entfernen zum Weg. Ich kann Ihnen ein paar schwarze Zentafeln. Ein Multiplayer-Spiel von 2014. Ach. Dunkleider habe ich eh auf meiner Liste. Einen privaten. Ja. Also, Shadow of Tomb Raider. Ich muss nur so weit mal spielen. Alle Rezensionen ausgeklickt fühlt sich hier sehr positiv. Nee, weil ich spiele selbst. Interessant. Ich spiele im Story. Seniorplayer-Gleichen. Als nächstes ist geplant. Ja, es sind ja auch coole Spiele. Deswegen spielen wir es auf keinen Fall ein Multiplayer. Nee, nee. Das ist ein Multiplayer-Titel. Nicht Singleplayer mit Multiplayer. Ich kann es nicht wissen. Du hast doch einen Fehlschlag. Das ist doch ein Fehlschlag. Ja, das ist doch ein Fehlschlag. Ich nutze deinen Minis-Karakter einfach zum Tauchen. Ich misbrauche deinen Minis-Karakter als Barbaren. Mehr oder weniger. Das hier ist Online-Karakter. Okay, das ist definitiv was wert. Das schicke ich dir gerade mal auf unserem Dingens-Server im Game-Chat. Ja. Das hier sieht ziemlich cool aus. 2023, warum habe ich das nicht mitgekriegt? Das ist super. Boah, ein Hypixel nicht gelevelter Magic Missile ist ziemlich geil. Ich bin unsicher, aber ich glaube, Saran hat noch irgendwo einen Ring, der noch ein Bonus-Missile dazu packt. Oder ich habe den verkauft, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts aussehen. Okay, what the fuck. Ich denke, ich habe ein bisschen Heilung. Und was daran geben. Ich finde es auch gut wie quasi die Gegend-Zauber quasi aufhalten. Was halt Mario irgendwie genutzt, was macht. Okay, dann müssen wir definitiv auch mal gucken, ob wir das vielleicht machen wollen. Ich weiß ja nicht. Du weißt auch noch nicht, was du vorhin geschlagen hast, aber wenn du schon so lachst, dann... Das ist das 2... 2... 2... 10 € würde ich auch wie hoch. Was soll denn das Portal schließen? Äh, das erste ist ein Story-Spiel, wo du und auch... Keine verdammt nemer Zeitst. wie bei ihr Textum machen muss mit einem Reh und einem Wolf sieht ziemlich cool aus, handgezeichnet und das zweite ist, guck, dass wir eigentlich mal Personen herrschen und sie klappt es ja, Dominate Person, wenn es klappt, ist es cool, wenn es nicht klappt, ist es halt eine gewastete Runde, ist aber immer so wenn ich mal ein bisschen Zweiten überlege das war sinnlos Golf ist natürlich auch immer eine gute Wahl jetzt können wir auch mal zwei, drei Teams spielen Golf wird ja, Franz Ach ja, Ahead in Time geht ja jetzt also Golf wird hätte ich das könnten wir ja ja also Ahead in Time als Multiplayer müssen wir uns mal wirklich überlegen das ist ein unfassbar gutes Spiel gerade habe ich eigentlich mal gefreut, dass es geht, aber ich weiß nicht mal, ob ich das heute noch durchziehen soll ich habe das Portal noch nicht geschlossen, das ist halt ein bisschen scheiße ich stelle mich ziemlich scheiße an in die Rolle ja es ist halt wirklich scheiße, dass das jetzt irgendwie nicht mehr geht, weil wahrscheinlich der Spielstand zu buggy ist ja das haben wir aber fast schon klar beim letzten Mal das haben wir den Ausbreaker nicht töten sollen das haben wir beim letzten Mal schon fast klar, dass wir das dass das irgendwie ja ich hatte auch so das dumme Gefühl, dass ich keine Heiltränke mehr benutzen konnte dass das nicht, dass das der letzte richtige Stream wird ja, ich habe gehofft, dass wir es wenigstens noch durchziehen können aber hey offensichtlich nicht ja, gerade weil es auf YouTube hochladen wäre es halt schon nett gewesen irgendwie da du kannst den Stream ja einfach auf YouTube nennen Gustav sagt Nein zu diesem Let's Play dann kann ich quasi nichts mehr machen so so ein bisschen heilen ne was du dir du wirst du du front du 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 Da kann ich nichts tun. Wie immer. Dann kann ich das tot. Wie immer. Ich bin nicht erreichbar. Oh mein Gott, ich... Wir haben übrigens den Punkt erreicht, an dem 4K-Texturen als extra kostenloses DLC veröffentlicht werden. Okay. Ja. Das hier kann man natürlich auch etwas legen. Jump-and-One-Story-Spiel. Oh, wenn ich da mal die Blitz schlage. Oh, Blenden, ja. Nee, ich wäre... Das ist vor allem, dass da ganz viel Gepäck auch tatsächlich nützlich ist, wenn die Blenden sind. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange wir das ruhig durchhalten, aber ich würde mal tatsächlich Fallwort vorschlagen. Ich habe da so... Ja, das ist so meine Bedenken, dass da relativ... Weil das Portal... Oh, jetzt ist er nicht verstanden. Du hattest dein Craft-Hub ja auch gemacht. Bis es der Multiplayer nicht mehr wollte. Ja... Ich verliere halt relativ schnell die Laune an sowas. Da bin ich halt... Ich eigentlich auch, aber das hat halt wirklich den Punkt, dass du halt... ...sehr viel optimieren kannst und sehr viele... ...sehr gut funktionierende... ...Dinge machen kannst. Und von Backpalwood hast du noch nicht genug? Du hast ja da schon wahrscheinlich 30 Stunden drin. Ich hab mehr als 30 Stunden. Ich hab... Moment... Und das ist immer noch Doktor? 39, komm... Ich hab 39... Und ja, ich hab jetzt erstmal ein bisschen ausgesetzt, weil ich gewartet hab, bis der... ...Dingensnap-Patch kommt, der auch dafür sorgt, dass man seine Fangchance erhöhen kann, aber... ...ja, prinzipiell... Immer wie verängstigt, okay. Das ist ein bisschen scheiße. Und da ein Tier gestellt. Vielleicht krieg ich hier was dagegen. Dagegen verängstigt nicht. Im Immobil. Weil ich mich... Weil ich mir den Bau... ...bauen kann. Nein, du bist nur Immobil wegen verängstigt, weil in dem Spiel... ...ich Gott sei nicht dafür, dass die Leute von dir abhauen, sondern dass die Leute im Spiel stehen. Gut, dann kann ich ja nichts tun. Japp. Friken ist super scheiße. Oh, das hast du ein Squeaker, das darf ich auch mal machen. Irgendwie auch eins nach dem anderen. Ja, du, ich geh nur die Sachen durch, die jetzt keine endlosen Survival-Streme sind. Wie gesagt, auf dieses Blank, das mit dem... ...dem Reh und dem Wolf. Eigentlich tatsächlich... ...fach mal in den Ring werfen. Sieht noch was Kompetentgemachtem aus. Der Kampf ist ziemlich scheiße gelaufen. Ich bin doch ordentlich am Arsch. Okay, die Grease... ...und die Separation kommt natürlich auch auf die Liste. 20 Euro wäre doch gerade so drin. Jetzt kommen nicht alle runter, natürlich. Das ist... ...schlecht. Das ist ein Arsch. Aber ich fände aber scheiße. Ich kann mich jetzt mal wieder bewegen. Gnobili-Fans nicht. Spannend. Für 4,20 Euro ist das definitiv drin. Online-Multiplayer-Pollion-Click. Ah. Gib nicht zu... Gib nicht zu viel Geld für sowas aus. Du willst mir noch ein paar was kaufen. Um das zu stehen zu sein. Das ist klar. Ich bin sowieso gerade dabei. Ich habe mein... ...Budget. Ich gucke, dass die Sachen unter 20 Euro sind. Und wir entscheiden uns dann, was wir zu Hause nehmen. Gut. Ich habe mal geflogen. Ich habe da jetzt irgendwas vor. Das wird nicht immer an Plus Multiplayer. Das ist ein Multiplayer-Ausweiter-Vibble-Zeug. molar bis rein. Man baut das natürlich, was ich jetzt nicht äh. Der Kader hast die Liste dann auch gleich am Arsch. Es sind noch Vege-Fiankey. Ne, ich weiß nicht nicht, ob das mein Kader alleine schafft. Es gibt noch nie. Was ist. ...und die Kader und Kader nicht nur am Arsch. Das könnte schwierig werden. Ah, ich kann wieder fliegen. Das könnte mir von Vorteil sein. Ist da auch ein Erfolg auf die Liste? Weiß ich aber nicht, wie du zu Rhythmusspielen stehst. Zu Horror-Spielen? Rhythmusspiele. Rhythmusspiele kann ich überhaupt nicht. Okay, dann ist das raus und werde ich privat wahrscheinlich mal spielen. Das kannst du gerne privat spielen. Womit ich meine, es landet wahrscheinlich in meiner Bibliothek und wird die nächsten 20 Jahre nicht angerührt. So wie immer. Ah ja, das TV-Spiel wollten wir auch irgendwann mal machen. Was für ein Spiel? Obwohl wir mal die Demo gespielt haben mit den zwei Vögeln und der Schreibmaschine. Ah, nee. Lass mal lieber. Habe ich mir gedacht. So gut war das dann doch nicht. Ne, es war nicht gut. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir scammen. Es gibt Scheiße hier. Escape Academy, Escape Rooms sind nicht eins. Das weiß ich. Durch die Lego-Spiele uns durcharbeiten habe ich keine Lust zu. Ja. Ich habe jetzt Lego Batman 2 gespielt. Neulich im Stream Projekt. Das war... Ich sag's mal, es war nett. Ja, das sind die meisten. Die einzigen zwei, die ich tatsächlich sehr gut finde, sind tatsächlich die Super-Valance und... Kann man mal machen, aber Multiplayer würde ich das jetzt auch nicht. Nee, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Ich wollte jetzt mal in den Traum geworfen haben. Dead Island, muss man halt auch nicht unbedingt machen. Das war's. Das war's. World of Warplanes. Nein, wir möchten keine... Keine Militärdaten liegen. Danke. Ich habe das geschafft, aber wir sind ziemlich am Arsch. Wir sind im Kampf. Militärdaten zu liegen? Nee. Ich bin hier im Spiel gerade. Ich meine... Es ist dir nicht zu verübeln, dass du was... Ich kann's dir nicht verübeln, dass du gerade auf andere Sachen guckst, aber... Ich bin hier gerade noch... Ich kann dir ja im Hintergrund Tipps geben, wenn du irgendwelche... Ach, dass ich zu den hier... Aus dem habe ich gerade gewonnen. Gerade so noch. Nice. Ja, dein Team ist komplett tot. Du, die sind auch nicht wichtig. Für 200 wieder. Äh, 400 und dann ist gut. Wir können noch ein bisschen... Geld mit geflankt die Waffen machen. Das Lager senden. Warte, habe ich noch Schuftrollen der Wiederbelebung. Das müsst ihr damit... Damit könnt ihr euch ja auch wieder beleben. Zwei habe ich damals noch. Ein paar müssen noch da sein, ja. Ja, das ist ja fantastisch. Da wollte ich nicht 200 viel ausgeben. Ja, spart ein bisschen Geld für... ... was auch immer du mit Geld machen willst. Keine Ahnung. Wo bin ich denn klar da rum? Irgendwo da hinten. Ah, hier. Der Verkohlte hier. Ich habe mich noch nicht angelegt. Nein. So, da wären wir wieder. Das ist der Ungleich, man. Let's go hurt someone. Man, hier ist oben. Aha. Ja. Und was festrelevantes. Oh, der hat eine tolle Stufelstiefel, aber... ... die bringen Fliegen. Ja. Ja, Mensch. Das wäre abseits von Arc 3 schon ganz cool. Wer man halt nicht... ...per Default fliegen könnte. Hm. So, die Gefühlen gehen nackig gemacht. Oh nein. Hol' ein paar von denen aus Ghoulou wieder. Ah, gute Idee. Well, hello. Und jetzt, Zombies. Äh, Ghoulou und den... Nein, nicht Zombies, Ghoulou. Ghoulou sind stärker, nehmen die Fliegen. Und Ghoulou gehen aber gerade nicht. Da brauche ich, glaube ich, ne Lange Rast für. Ist ein Stufe 5 Zauberplatz. Ja, brauchst ein fünftes Level. Ja, dann mach erstmal ne Lange Rast. Lass uns gehen. Äh, generell, Astarion ist darauf ausgelegt, dass die 5... ...Level 5 Spell Slots aktuell für... ...Summons draufgehen, das heißt, ein Elementar, ein... ...zwei fliegende Ghoulou und... ...den dritten, wenn du regenerierst... ...den kannst du dann für den Angriff Spell benutzen. Oder für Dominate Person. Eigentlich für Dominate Person. Das ist schon wieder, äh... ...und dasselbe macht irgendeinen Scheiß. Das ist so dumm! Lass sie einfach machen. Lass sie einfach machen. Lass sie einfach machen. Lass sie gehen, Lasel, sie ist dein Kind. Ein ganz gewöhnlicher Abend im Lager, wie ich sehe. Ganz gewöhnlicher Abend im Lager, wie ich sehe. Ganz gewöhnlicher Abend im Lager, wie ich sehe. Weitermachen. Jenna, Jenna ist wieder da und Lasel macht scheiße. Das ist ganz normalerweise. Wie nervt die also auch? Sie ist schon wieder da wegen liegen. Ein normaler Abend im Lager, los. Lass sie davon machen. Sie ist verdammt, Marge. Ich sah sie. Sie hat ins Camp in der Form einer Frau. Und hat sich in diese... Abomniere. Sie hat versucht, zu silenceen. Und sie schlugte ihre Geschwindigkeit. Ich finde es lustiger, dass sie das Kind als Abscheidigkeit benennt. Ich finde es interessant. Ich finde es interessant, dass sie das Lesee jetzt herausgefunden hat, dass Jenna am Urin ist. Ich meine... Wir haben sie literally schon zweimal abgeschlachtet, aber gut. Wir haben sie auch andern verbrügelt und die Nose-Breaker dabei gemacht. Wir haben sie auch andern verbrügelt und die Nose-Breaker dabei gemacht. Mit Leidenschaft. Natürlich, sie bringen sie hinter uns. Mach das. Ein Gehner weniger. Das ist ja die Krim. Wir überzeugen uns... Und geht etwas, wir sehen etwas nicht. Nur zu. Nein, schon lassen gehen. Nur zu. Mach einfach. Lass uns wie einfach machen. Das war die echte Jenna. Es kam der echte. Es wäre so leid. Nö, es... Lass selber einfach Oren. Er ist nicht fit für Baal selbst. Schau an sie! Die sind schon seit Ewigkeiten loswerden. Ist das mein Stoß? Du schaltest du jetzt nicht da bist, sonst könntest du jetzt schlafen. Du kannst auch so den Charakter wechseln. Ich habe jetzt die Möglichkeit angriffsbereit machen. Soll ich sie jetzt hier im Camp angreifen? Nein, Charakterwahl, Charakterwahl. Wen soll ich neben Karl auch? Einmal smiten? Ich kann nicht wechseln. Wenn es geht? Ah, scheiße. Haben sie wahrscheinlich gefixt. Aber wir sind ziemlich geschwächt. Egal, hau rein. Sie hat hier nicht ihre Baalformen, das heißt sie ist relativ schwach. Ah, sie geht nicht drauf ein. Stich, süß und deliös. Ich kann die Charakter nicht wechseln, du Scheiß. Ah, safe. Das ist für alle. Ich fürchte jetzt muss warten bis er dran ist. Das ist kein Gott, das ihr da hört. Das ist nur auch eine kranke Fantasie. Nein, nein. Nein, nein, kein Gott. Ich weiß. Es ist nicht möglich. Es ist nicht noch komplett. Du, nein. Ja, jetzt verwendet sich ein Gortesh am Arsch, Alter. Was will ihr uns damit sagen? Ach so, damit hat sie uns angekündigt, dass er das in der Seele geholt hat. Ja, ich meine, ist die so relevant für unseren Bell, dass wir sie nicht haben? Nein, jetzt ist Oren abgehauen. Wir können sie da nicht angreifen, schade. Oh, wir könnten natürlich dann auch später Bang on Balls spielen. Oh, nein. Bitte was? Ist ein RPG mit Bellen. Kulture 3D Jump'n'Run Action Spiel. Und hier liegt Jenna. Sie ist tot. Endlich. Ach, die kommt wieder, die kommt immer wieder. Sie hat 5 Gold bei sich. Oh, Jenna. Das poor Kind ist besser. Steck sie in die Unterhose und mach sie zum Zombie. Dann ist sie mal nützlich. Können wir machen, nachdem du hast. Ein Karte Gesprächsbedarf werden, lass mich raten, Will. Es ist immer Will. Ja, das ist für Will. Er ist der langweiligste. Ach, was Will. Kannst du meinen Tag besser machen. Tatsache. Wir müssen wenden mit auf einmal. Es gibt ein Avatar Spiel, was? Ja, Pioniers auf Pandora oder so. Wie von James Cameron. Das ist ja nicht. Es hat doch Konko auch gespielt, dass... Es hat doch Konko auch gespielt, dass... ... um Gottes Willen. Nein, werde ich das nicht dafür ausgeben. Aber in Sale werde ich das mal mitnehmen. Es hat doch Konko auch schon gespielt, dass Pioniers auf Pandora... Wie gesagt, es geht nicht darum, es geht um Avatar Last Airbender. Das heißt, die Cartoon-Serie. Weißt schon, das mit den Elementen und dem Typ mit Platze. Das andere Avatar. Das Gute, ja. Fast in meinem Inventar ist die zu schwer. Jena. Die habe ich nicht im Inventar. Trotzdem. Du kannst das Gewicht sortieren. Ja. Achso, hier auch. Snyder senden. Snyder senden. Snyder senden. Snyder senden. Okay, die Beschreibung von dem Spiel ist super. Einfach der erste Satz. Ist ein wettbewerbsfähiges Tower-Defense-Spiel. Cool. Wettbewerbsfähig. Wettbewerbsfähig. Ja, das ist mal wieder so ein Satz, der für Investoren... Das ist mal wieder so ein Satz, der für Investoren geschrieben wurde. Aber mein Vater wird leben. Wir werden den Grand Duke zurücknehmen zu seinen Menschen. Wir werden nur einen Monopoli-Wettbewerbsfähig. Sagen, das ist ja möglich. Ich bin nicht sicher, ob ihr mit Zahriel verstanden könnt. Ja, schön. Wir müssen in diese Mysterie-Prison und meinen Vater retten. Bevor Mazorah versucht, mehr Tricks zu retten. Ja, es gibt noch eine Quest. Ja, den, den Herzog zu retten. Ja, Gortas' Gefängnis, ja. Da könnten wir mal noch mal hin und da mal. Ja. Ja. Das ist gar nicht mal so schwangig. So, hast du ausgekriegt, der kann man lange rauskommen. Es gibt ein Monopoly-Echtzeit... Nee, wir spielen kein Monopoly. Nein, wir spielen kein Monopoly. Nein, wir spielen kein Monopoly. WTF ist das? Nein, wir spielen kein Monopoly. Und warum kostet das 30 Euro? Es ist ja nicht Monopoly, es ist irgendein Party-Game ohne Würfel, ohne alles, ohne Spielbrett! Du hast nichts mehr mit Monopoly zu tun und außer einer Lizenz. Warum bin ich jetzt auf Google über Steam? WTF? Grand Theft Auto V, das können wir auch mal spielen. Äh, was? das hat wahrscheinlich dreimal in der epik bibliothek so von mir aus klar ich habe es glaube ich nicht besitzt das spiel nicht guck mal bei epic nach ich bin sicher du hast das mindestens zweimal bin mir sicher ich habe es nicht sonst hätte ich zumindest schon mal irgendwie mal angefangen und das wird jetzt gefühlt jeden monat ich habe es noch nie gekriegt geld ist es auf jeden fall nicht mehr wert so fliegerlich zu sagen dann wiederum es gibt es wahrscheinlich eh wieder kostenlos bei epic wenn gta 6 rauskommt ich kasse immer die die gratis spiele ab und bisher war es bei mir noch nie dabei bei mir war schon dreimal halt und ich habe es halt schon gehen und ich habe es einmal generell auf rockstar games nicht in der letzten jahr ist tatsächlich dreimal nicht seit ich das einsammele da bist aber du schuld da kommen wir denn jetzt hier lang komme ich jetzt ins versteckte separator da waren im ok geschlagen ja da kommst du nicht rein einer von uns hat es geschafft jetzt müsstest du reinkommen jetzt kann ich auch gleich in untergang und untergrund rein vielleicht zu ja vielleicht direkt zu urin reinlaufen oder wie soll man das machen und hier habe ich mit ihr würfelt gewandt immunität gegen verängstigt du kannst nicht verängstigt werden das ist nützlich das hättest du der trigger mit einer gedanken schon danach infiziert ist erhält der plus 1 intelligenz weißheit und charismawürfe nach dabei heimlichkeit würfen du bist ein paladin das ist eine etwas schlechtere rk aber das ist allgemein eine sehr gute rüstung es ist nicht so gut ist nicht so gut wie die wie die wie die rüstung von der rüstung von von den ganzen kathrik ist immer noch sehr gut ist es tatsächlich nicht es ist tatsächlich besser nachgeblich das schnitt aus du kriegst du plus 1 auf alle deine rettungswürfe quasi dann kann man sich denn das ist sehr viel besser als das wobei ich nicht weiß was holen der toten macht habe ich glaube ich noch nie benutzt dass das hier und das ist das stößt ein magerschütterten heulen aus der kreatur in der hier betäubt ja das ist ziemlich cool und auf hängst die haben schuhe sind auch besser als die die du hast und schuhe oder fängst bezauber oder fängst die eine kreatur meinen bonus von 9 d4 auf angust zu rettungswürfe zu halten rettungswürfe stärke das rettungswürfe stärke ist der knackpunkt das ist besser meine stärke ist 19 daher ja das heißt du kommst auf den werten 20 dann ziehe ich das mal ein du bist halt nie wieder irgendwie wir gegen deinen willen verschoben oder sonst was und das konnte die andere rüstung auch aber egal so kann auch die andere rüstung tragen mit anderen rüsten jetzt war war ja aber nicht das ist die rüstung ist ziemlich stark wenn die kann auch die rüstung geben das kannst du tun sie ist barbara nein keine rüstung für sie keine rüstung für sie aus dem bisschen nicht mit schwere rüstung ausgelegt aber sie kann es mal tragen sonst bin ich mal da haben geübertragen tragen kann man kann ich ihnen auch nicht so doch den kann ich hier geben wenn man das jetzt plötzlich doch der war eigentlich an mich gebunden aber auf einmal kann ich ihm vergeben wahrscheinlich weil du einmal die imperator sequenz hattest zauberer ist denn du bist bei einem rettungswürfen das ging das blut von laffander 6 tauschen das blut von dagegen aufwischer hammer ich meine ich meine das blut von laffander sonnenstrahl du kannst du die beiden nicht oder was du will also dass du weil das ist ein hammer sind beide händer ach okay es ist ein zweihänder nächsten einhänder aber du kann ich nicht nicht ohne fiet aber wir kriegen ja noch einen auf level 12 das heißt wenn du da dann zwei hand waffen kampf mitnimmt dann kannst du es tatsächlich du will das heißt den hammer würde ich auf auf den zweiten slot packen dann der hammer kann entfesseln der schlag zerschmetter die magischen fisse die kreatur gefesselt und gebt und betreibt halten und befreie sie ich weiß nicht was das bringt ja das ist das bringt dir nichts außer das ist nur ein story ding das ist nur ein story ding aber wie gesagt wenn du den hammer auf den zweiten also auf den rechten platz packst dann kannst du alle vorteile von dem laffanders nicht dem und die passiven die verzauberungsresistenzen von hammer ist der zwölf dauert es aber noch ein bisschen ich weiß nicht ob wir das heute noch schaffen ja das ist halt nur fürs finale ist das gute kombination sein kann ich weiß nicht ob wir soweit kommen wir sowieso nicht aber du ich werde das noch heute nicht mehr weiterspielen das meine ohne dicht macht das kennen ist diese durch dort gestorben ja da gibt es noch ein schwärz imperatus was kann das kann denn den praten zum reden bringen er erzählt ein bisschen was aus seiner vergangenheit rechtsklick und aufnehmen es hat es mein dreizeit ist dann bestimmt nicht ich weiß es nicht ich hatte es nicht 7 bis 16 schaden sie war verwirkt bei gestaltwandern oder verwandelt und kreaturen zu zusätzlich enden die vier schaden das willst du gegen augen mit der träger enthält einen bonus von 1 plus plus 2 auf rettungswürfe gegen zauber soll ich das karlach geben das leben man trägt oder astarion das kannst du tatsächlich was daran drücken du kannst mal gucken ob astarion profession mit deinem speer ist das ist bestimmt der trägt gerade ein kleben in der hand ist bestimmt dann wird ok dann ist er tatsächlich dafür profession dann nimmst du am besten das schwert weil du machst sehr viel mehr schaden im nahkampf und lässt ihn dann hin und wieder sachen werfen dann ist er tatsächlich nützlich wenn die starken zauber weg sind dann kann er nicht das schwert tragen dann kann der das er ist nicht profession mit schwertern er kann das tragen ach mit lang später dann doch ist er mittlerweile ja gut dann dann kann er auch den schaden machen ja du willst halt noch mal sehr viel mehr schaden machen weil ich ob die 1 t4 geht für alle damage sources aber ist egal hauen das ding rein und dann ist gut zu er machen er hat übrigens auch noch den wild magic trank im inventar kannst du auch mal was soll ich sollte doch mal gerade die iron flasks durch die auch mal für für den kampf gegen den benutzen oder für für den finalen kampf der ist für den finalen kampf der spektator wird nicht lang durchhalten aber wenn er durchhält dann ist stark so wo ist denn jetzt hier was du musst mal hier ein paar tote holen so eine stufe 5 wohl sagst du du nimmst nein du packst sie auf einen haufen und nimmst zwei mit du kannst zwei nehmen die anderen links 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 legen verbraucht andere leiche ich habe es schon verbraucht jetzt wahrscheinlich durch den kann man verbraucht ich kann aber nur noch das ist das mal schon nutzen du nimmst den rechten das ist von einem das ist von seinem die kompanie oft hey ding du nimmst das linke ganz genau da nimmst du nicht die zoll mich an die brenn hier kohle ist ein gelug leichen in der nähe das geht vielleicht kann ich nicht aufheben die sind so schwer es du musst auch nicht aufheben du kannst es einfach auf dem boden die einfach auf dem boden genutzen du gehst jetzt auf tote beleben stufe 6 soll ich daraus machen oder recht stufe 5 und das ist cool ruhe ok ja das ist besser 333 stufe 6 4 sogar wegen dem ding ist wegen dem bonus für noch welche in der nähe sind ja 1 2 ja die vierte ist nicht in der nähe und ja gut dann scheiß drauf dann mal was du willst kann ich es abbrechen und noch mal zurück ja brich ab nimm lieber zwei fliegende kohle mit zwei fliegende und elementar vielleicht kann ich sie alle drei hinkriegen ja richtig ne die nahkampf kohle sind sowieso scheiße weil die explodieren und machen die dann im zweifel mehr schaden die fliegenden sind stärker aber an alle vier komm ich nicht ran ja wie gesagt geh zurück nimm fünftes level fliegende ghoul habe ich nicht die sind nützlich als müsste das erste ganz links ganz links ganz genau ja vier bringt da brauche ich keinen stufe fünf jetzt drei schaffe ich sowieso nicht warum klappen das jetzt wieder nicht so nutzt ach so hier kriege ich nur zwei aber ganz spezielle punkte ja zwei sind besser als nicht und dann nimmst du den zweiten fünftes level für den elementar dazu musst du ins inventar gehen und mussten zauber aus nein nimm nicht noch nimm nicht noch ein zombie mit weil das überschreibt das ist die da ja im inventar den komativ und teil soll ich nehmen oder was nein inventar oben zauber buch ganz oben in den tabs zauber buch ganz genau da kannst du zauber frei austausch damit schmeißt du irgendwas raus holst elementar beschwören dazu war ein sturm zum beispiel kannst du den würde vielleicht mal weg nehmen und da tote beleben gefährlich nein schuldung überleben du nimmst elementar beschwören und tut erschaffen elementar beschwörung zauber ist nicht vorbereitet okay das heißt ja erst mal das welcher soll sein dann was am euro mit und erde neben erde elementar oder mit und du nimmst elementar weil die kombination fliegender gut und erdelementar ist sehr viel nützlicher der kann nämlich die leute zum nicht in stufe 6 in stufe 5 der kann nämlich leute pro und hauen und dann machen die guhle sehr viel mehr schaden also erde elementar das ist ziemlich stark ja genau das ist ziemlich stark kommen wie die stufe 6 suchst du noch ein spot mit zwei leichen und gehst auf create und hat also untote erschaffen wir haben es noch welche ja stell dich da mal irgendwo hin und dann guck mal dann habe ich mich selber noch nicht genau dritten gerade oder weiß nicht ob das dann gerade ist da was der hier drüben nein nein zauberbuch schmeißt den elementar wieder raus ein elementar haben wir doch jetzt beschworen oder nicht ja ja den zauber schmeißt aber raus also wieder ins zauberbuch gehen und das bricht den zauber nicht ab nein tut es nicht das ist eine beschwörung ein elementar kannst du da jetzt rausnehmen aus den zaubern die vorbereitet und nimmst in einen stufe 6 zauber den er kann okay und rot erschaffen genau und er ist jetzt hier oben und rot erschaffen ja das kitzel kann nicht überlebt werden hier genau war meine mumie ja okay cool das überschreibt nicht die mumie ist lächerlich stark und jetzt kannst du ihn auch wieder raushauen wir haben dein kart irgendwas ich habe nichts zur vorbereitung na dann mal schauen wie weit die mit kommt das ganze jetzt werden müssen jetzt wird spannend wie weit die durch die in den keller reinkommen die kommen eigentlich ganz gut durch außer du musst springen dann muss den elementar meistens holen manchmal gehen auch die gole ich hatte mein dad wird stil die die dass die mit türen probleme haben so ein bisschen durch die auch manchmal aber das ist eine art elementar ist zum beispiel gerade wieder nicht mitgekommen der steht da draußen noch um ja dann musst du ihnen kurz manuell auswählen und mit dem elementarsprung durchgehen dann passt leider einfach nicht durch das ist nervig aber es lohnt sich die kombination aus den ghoulen und dem elementar ist halt richtig stark die mumie an sich sowieso schon ich hoffe das ist jetzt schon getriggert wenn ich jetzt im untergrund gehe aber eigentlich sollte ja was haben wir zu verlieren der nix weiter ob wir noch irgendwas lustiges haben was wir spielen können das nicht einfach wieder survival kram ist ja das ist einfach nächste nächsten samstag spielen dann kann ich das auch meine ich brauche es auch für meinen upload plan für mein stream plan singen würde ich mich gerne mal jetzt würde ich jetzt mal für fix machen und das war das von nächsten samstag mal paris spielen das können wir tatsächlich geguckt hat was ich rausgesucht habe ich bin doch das code kann ich das mal gerade gucken was sind gepostet ich habe es in unserer generellen lustigen server und in game chat gepackt was ich jetzt raus gesagt habe gerade dieses blank das würde ich sehr gerne spielen dann können wir haben dann sieht auch wir haben an wenn wir am anschluss an teil wird stehen und ein paar wird dann verpackt ist man dann keinen bock noch bei wird haben weil es dann ja können wir es geht jetzt wirklich nur darum ich meine es wird auch es wird noch ein paar wird es wird nach bei wird auch noch was geben also nach bei wird werden wir brauchen auch danach noch ein paar projekte also daher können wir alles können wir können alles spielen aber nacheinander verstehst du wie ich sagen ja klar es geht mir nur darum dass wir vielleicht was haben was kein unendlich survival zeug ist ein versuch unspläne für das ist wohl vielleicht ein bisschen besser ist oh gott's will fall sieht auch cool aus oh eine doppeltür 1,50 euro werfen wir jetzt keinen schrot ins inventar oh hier sind wir das wird wie sollen wir darüber kommen es ist eine folge aus gift egal scheiß groß was für mich dann wollen wir durch ich hoffe da gehen jetzt nicht die gute dabei drauf in der ersten moment haben vielleicht werden sie das ich weiß es nicht ich meine die gute haben nur 41 im spiel ja die passieren darauf dass sie sich hoch halten können und super viel schaden machen können hier ist ein hebel ich kann ja erstmal alleine los rennen oh die gibt es da noch beseitigt so einfach ist das ja ja ich bin damals ja im durchgehauen sehr sehr mäßig sind wir alle sind wir alle sind wir alle wir haben jetzt gerade über die kiste gesprungen catcherfolg da war ein bisschen elkdron ich weiß gleich was da drin ist die habe ich glaube ich nicht mitgenommen da war ein bisschen elkdron ja kein illegales mehl was oh hier sind wir dann das der hier dann wozu du eingeladen wurde, dass die flüchtlinge angreifen fahr so ohne mich vorzu meine waffen müssen andern sie schärf bleiben wenn diese leute nicht ermorden ich werde sie von eurer tyrannei befreien Ja, tu einfach wozu du eingeladen wurdest. Nö, ich hab sie gerade. Ich greif sie gerade an. Ein paar Ballisten anmoksen. Warum nicht? Ich find's übrigens so lustig, dass jeder denkt, wenn du gegen Olen arbeitest, arbeitest du gegen Baal und sich eigentlich im Darkwatch rausstellt, ja ne, er macht eigentlich nur scheiße. Der Baal interessiert sich nicht dafür, der will Quantität, keine Qualität. Eigentlich ist Orion dem Baal sowas von egal. Ja, er mag sie nicht, weil... Er ist auch nicht ganz sicher, warum die den Hauptanhänger von ihm sind. Jep. Okay, hier kommt der Ghoul. Bereits zum abgenutzt werden. Ja. Hattest du eigentlich schon mal die Sequenz, wo sich rausstellt, dass... ...Oryns Vater auch ihr Großvater ist? Nee, so weit war ich im Darkwatch noch nicht. Ah, schade. Ich hab mit Gingungen noch nicht gekämpft. Oh, das ist super lustig, wenn es viel kommt noch. Kann ich spoilern. Was ist das Einsatz? Was ist das Einsatz? Er hat versucht, den Ghoul zu schubsen. Was ist das Einsatz? Ich hab mir alle Idee. Verängstigt. Was ist das Einsatz? Der Hebel ist durch. Das ist der Einsatz. Der Einsatz ist durch. für diesen kurzen kampf aber was soll es ich meine benutzt was du willst da kommt die golem etwas unsinnig aber ok das muss so der markt das verschlingen dazu musste erst mal hin sie ist nicht gegen schlafen oder brustlos na dann ja dafür sind elementar wenn der einen runter dann können die google essen und sich heilen ich glaube halt super viel schaden machen mach keinen scheiß ich kann mal die mumie auf ihn aufpassen oder eben schon ausschalten nein das blödsinn den jetzt anzugreifen noch kann er uns helfen noch einfacher angriff sehr schön er ist immer noch auf unserer seite warte das ändere ich ok der sound effekt des maids kam erst jetzt ja es ist alles real frage heute karlach kannst du mal sehr schön nehmt karlach mal eine springladung mit die flüchtlinge sind tot schade da hättest du auch einfach die angreifen können ja es wäre nicht so spannend geworden na und ein topf dicker hat er dabei ging es hier nicht irgendwo zu minsk noch das war die noch mitnehmen können war der nicht auch noch hier im untergrund irgendwo gab es ja noch eine sache wo man mit dem minsk treffen konnte die quest hast du aktuell noch nicht ja ja dann wird nicht das könnte man sich auch machen ja ja der limmethar ist noch dort oben und konnte eh noch looten ach die haben nix Äh, was? Okay. Hm? Granitgestein. Okay, irgendwas habe ich... Ich habe scheinbar eine Falle gerade entschärft. Aber eine Falle? Nicht, dass die irgendwas gebraucht hätte. Und hier ist eine Falle. Entschärfen. Oh, die Tür. So, jetzt sind wir hier. So, zu Urin geht es darüber. Da gibt es aber noch ein bisschen... Da gibt es noch diesen ganz interessanten Kampf dort durch die Festung durch. Das wird... Spannend. Ah, soll ich die noch öffnen? Mach was du willst. Ich denke, ich habe noch ein bisschen... Ich habe einen kleinen Trank dabei. Warte mal, dann mache ich meinen ersten Angriff. Ich denke, er hat sich vorgeschnitten. Ich denke, er hat sich vorgeschnitten. Ein exzelltes Eindruck. Der fett Elementar ist sein Cousin. Er sagt, wir werden dich zurücknehmen. Er sagt, du siehst einfach wie Kindling für Saren's Fein. So, hast du dich mit den... Mit denen allen angelegt? Warum? Weil es denn ein paar in Spiel gibt. Das Spiel alles. Kannst du dem Spiel theoretisch easy Level 20 erreichen. Wenn es das Spiel nicht benden... Wenn es das Spiel nicht... ...verbieten würde. Ja, aber es gibt Mods dafür. Es gibt sogar Mods, die den Wish Spell einfügen. Was so insane ist. Ja. Aber da kann man keinen Multiplayer mehr spielen. Ist auch short. Ja. Ah, hast du doch einen Mod installiert oder was? Nee. Woher warst du das dann? Verstanden nicht. Klar, das ist ausgerutscht. Wenn du es behauptet hast. Bei mir... Gustav hat mir gesagt, dein Spiel ist gemoddet. Okay. Vielleicht habe ich einen Virus auf dem Rechner, der mir bei das Gate gemoddet hat. Was? Geht nur das machen. Keine Sorge, mir... Geht nur das machen wir. Mir wollt... Ich bin grad aus Versehen auf den Tab gekommen. Anscheinend will aktuell ein Magma-Mefit meinem Aulbeer-Link beitreten. Was? Die Typen, die du grad bekämpfst, nur in Magma statt Fett. Okay. Ich weiß es auch nicht. Ich bin grad verdächtig auf den Tab gekommen, weil ich grad gucken wollte, dass der so viel lustige Mods kriegt. Wenn die hier schon dabei sind. Das ist nicht gut, dass hier alles explodiert. Hm? Vor allem, dieser Kampf zieht sich ziemlich in die Länge, weil... Eine ganze Menge los ist. Ja. Sehr viele schwache Gegner. So schwach auch wieder nicht, weil die... exklusiv angegriffen und wir alle fast tot sind deswegen das darum geht es aber noch verstorbenig gut so wie wärs denn mit nem feuerbein und zwar hier hinein sehr schön mit ihm scheinbar wenig gewacht in der nächsten runde dann ist aber hier hat man den weg freigemacht da werden wir die gegner auch schaffen immer warum sind die modder eigentlich immer so weird tja also ernsthaft die meisten mods hier sind entweder hey möchtest du dieses spiel spielen nein dann lad diesen mod runter der dir alles so einfach macht dass du alles von hittest oder brüste erzähl mal was gibt es denn so für tolle ballerskate mods brüste sehr viel ich habe in manchen instagrams gesehen dass es oft kleidungsmods gibt es das für das finde ich immer wenn diese da kann ich ein paar von diesen diese moderne kleidung ist das wenn ich ein bisschen wird wo schatten herzen auf einmal irgendwie so eine modische und das von ja das von marx und trägt und so weiter ist ein bisschen echt sieht komisch aus du hast du hast halt nicht wirklich einen transmog das heißt wir müssen dem zeug werte geben und ich sind entweder scheiße oder so overpowered ist dass das spiel sinnlos macht es sieht auch irgendwie nicht es steht halt schatten herz in einem in der aktuellen mode modischen kleidung vor so einem tiefling in einem abgeranzten gewand und das sieht halt einfach irgendwie sieht halt auch irgendwie aus sowas ist lustig wenn du übertreibst und halt das ganze tieflinge richtig dämliche supreme kleidung hat aber das ist auch der einzige grund warum man sowas nicht sehen sollte aber die leute haben halt das problem es ist ein video spiel es ist das internet ich will nicht wissen wie viele leute sich so bildern von den charakteren in dem spiel nacht befriedigen also ich dachte du würdest sagen sich bilder von den charakteren aufhängen ja das machen viele ich hab dir auch ins geschick meins ist eingerahmt und aufgehängt noch nicht kam ich noch nicht dazu das ist auch cool gemacht ich bin ich bin halt einfach so und ich bin jetzt einfach so ein typ ich komme halt einfach ich fange sachen an und die stehen das sind da liegt mein bilderrahmen das bild ist eingerahmt den bilderrahmen und neben dem bilderrahmen liegen nägel und ein hammer das ist es 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 ist ich bin halt zum tüten ich lege mir das hin und sagst du ich machs später das ist schon bereit ich müsste nur zur wand gehen und den nagel reinhauen aber es ist warum jetzt warum nicht später ich habe allein hier schon sieben bilder auf so sieht es auch in meinem mit meiner wohnung generell aus jetzt nicht ich glaube die ist ein schlafzimmer gewandert aber es hier stand eine ganze weinen lang also plasma nicht die plasma sondern dieses die so eine durchsichtige scheibe rum die wollte da wollte ich eigentlich mal meine schaumstoffmatte mal die die ich ja manchmal an der wand hängen damit welch mal dran kleben und einen haken dran machen und aufhängen aber das ist da habe ich inzwischen aufgegeben das wird nichts mehr das steht übrigens immer noch hinter meinem ich habe hier so ich habe hier so ein geräusch dämmungsdienst das steht immer noch ungenutzt das wollte ich eigentlich mal benutzen und mal anbringen aber seit jahren ist das dort dann such mir doch mal eine gute mod raus es gibt sogar mods die einfach mehr feeds geben als wäre sich da nichts gedacht worden man muss das neue spiel halt nicht respektieren wollen wir noch mal bei das geht noch mal von vorne anfangen aber aber diesmal zu tode gemordet man so richtig wenn es mit multiplayer gehen würde easy ich habe meine idee man ist so richtig zu tode gemordet also wirklich so 20 mods alles was geht 20 ist gut alles was geht wir enden wahrscheinlich dann mit allein 40 brustoberholz für shadow hat die wir nicht mitnehmen ich weiß nicht ob das mein pc noch hinkriegt aber egal wenn man wirklich mal experiment meines spiel multiverse bis stupe 20 und so weiter ja ich bin voll dabei aber so mein mods auch nehmen wo man nachdem man das spiel wirklich nicht mehr wieder erkennt so wirklich ist das ist dann so eine super mario mod noch mit dabei und so ein bisschen noch was man so einen spiel dann nicht mehr ich hätte halt wirklich schon alles begrenzt so die ganzen normalen dnd subclasses und halt multiverse für mehr race auswahl das wärs ja auch schon was wenn dann würde ich es mal chirurg übertreiben so was kann man da maximal rausholen was kann da was mach ich denn jetzt hier auf den bürzern ich halte mal den herz elementar aus ja weißt du wie gesagt das problem ist halt hier du hast halt nicht wirklich viele mods die wirklich am spiel was ändern du hast ein paar kleidungs mod die alle nur unterwäsche sind und was wird's für brüste naja ich hab ein paar interessante mods gesehen wo du wo du neue klassen hinzufügen kannst wo du äh ja ja hier monster player und 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 warlock und so weiter das sind die klassischen dnd sachen und lass mir mal was erzählt von der mod die den shapeshifter oder so noch dazu bringt naja das war das multiverse der mod pack das ist halt zum ganzen anderen klassen ich glaub da passt wieder auch dabei äh changeling war definitiv dabei das ist halt aber sowas wie äh eine mod für die klasse von dem hier äh verrückte wissenschaftler oder wie das der 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 apparaturen oder wie das hieß der der die 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 beschwören. Du hast hier deinen kleinen Orb und kannst Schusswaffen bauen. Scheint alles soweit zu kommen. Du kannst Arma erschaffen. Kannst hier was zuerst machen, ja. Ach nö, noch mehr Gegner. Das ist ja fantastisch. Dieser Kampf wird nie enden. Warum hab ich den angefangen? Ja, ja. Der Artefizer scheint zu funktionieren. So an sich. Ich hab halt Artefizer selbst noch nirgendwo gespielt. Also weder im Videospiel noch im Grundlagen-Ding. Hier ist der. Sonst noch irgendwelche Fragen? Zu klassen. Ich bin immer noch auf der Seite. Ich bin hier gerade noch mit dem Kampf beschäftigt. Der Kampf wird auf jeden Fall nicht auf. Der Kampf wird auf jeden Fall nicht auf. Schaffen werden. Dann wird es der Magier tot, deswegen. Ja. Das ist nur zwei. Oh, der hat aber einen Umhang. Einen Funken-Modden-Umhang. Eine Kreatur, die dem Trigger im Abstand von bis zu zwei Meter Schaden zu füllen wird, brennt. Interessant. Können wir ja mal verkaufen. Er macht fett und zynäres gleichzeitig an. Ey, Kampfstab. Plus zwei. Ah, es gibt sogar Bloodhunter-Klasse. Interessant. Und er hat eine sehr wertvolle Schriftrolle. Fliegen. Fliegen. Sollten wir einen Blinden mitnehmen, würde ich sagen. So, hier. Fantastik-Multi. Was ist denn mit den Anführern dabei? Das Tauchung steht im nächsten Grund. Zwei Entzünden versprengten hier. Nachbauen wir noch nicht an. Oh boy, da sind sehr viele. Da sind sehr viele Rassen dabei. Zieh mal auf. Klassisch, also voll funktionsfähig und nicht noch im Work and Broker sind Zwerg, Draw, Orc und so weiter. Variant Human als Ding, die überarbeitet sind. Wir haben Durga, wir haben Fearborgs, wir haben... Natürlich, die gibt es ja schon im Original. Ja, ja, überarbeitet. Wir haben Fearborgs, wir haben die Dinger. Wir haben Lizardfolk, Lepauren, Seeelfen, Chalakai, Triton, Astral-Elfs, Dampyr. Natürlich, cool. Kalashtar haben wir. Wir haben immer noch einen Schritt. Das ist interessant. Wir haben Dijkans, wir haben Parrot-Elfs... Hast du eine Ahnung, was man hier einsetzen muss? das muss man jetzt ein leuchtendes skelett dann muss man gegenstand einsetzen um die tür zu öffnen habe ich mich nie mit habe ich mich nie mit befasst meine tür kann man auch knacken und reingehen ich denke mal dass das die tür öffnet todeskreis und ein versenktes buch ach der hat in der momentan nicht mitgekämpft er war noch ganz woanders ja das tut er meistens er kommt hier nicht rüber deswegen dann bringe ich die mal hier rüber manche sachen so rum hat so dann mal langsam auf zu hoch da wollen wir hin ach hier geht es wieder hoch zu nervenquests wie wir jetzt alles am skippen sind gerade in balustro angekommen am ende des letzten parts sind wir gerade nach rein gekommen und jetzt gehe ich hier schon jetzt gehe ich mal zu oben mhm warum nicht ach hier ist noch ein einzelner einzelner blub ach dreck so schattenschritt nicht nach neuesten langen rist schattenschritt kostet nichts Das hat aber sehr gut geklappt. Du hast gerade einen Schattenschritt von 4 Metern gemacht. Und? Es hat sehr viel gebracht. Sie tut nicht erreichbar, wenn du es hier vormachen. Deswegen wahrscheinlich. Sehr schön. Immer rüber hier. Mir fällt gerade auf, weil ich gerade einen Mod dafür gesehen habe. Du weißt, dass du einen Breath Attack hast, oder? Na was? Einen anderen Angriff, mit dem du Elementarschaden zufüllen kannst. Den Blitz Drachen Dings, den ich kaum einsetze. Ja, ich wollte gerade sagen, war das denn zuletzt eingesetzt? Eben gerade. Also vor ein paar... Also nicht gerade eben, aber heute in diesem Steam. Er bringt nicht mehr so viel, das ist relativ enttäuschend. Ja. Na gut, ich gucke mal weiter, ob ich noch Sachen auf Steam finde. Was sollst du sonst machen? Ich könnte an meiner Stadt weiterbauen. Ich habe einen Kratzer aufgeschlagen. Ja, das ist gut. Ich finde mich auch gerade, er ist jetzt raus. Ich fühle mich schon ganz über die Hände beschwören, gefühlt. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, die Kosten. Das ist so gut. So, Astana, dann komm doch mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob das nichts gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das nichts gemacht wird. Oh, der alte Elementar ist ausgerutscht. Und Kratzer wurde getötet. Immer. Er hat ja auch nur irgendwie zwei HP oder so. Ich glaube 14 oder so. Er ist ein bisschen stärker geworden. Und Kader, geht das hin? Oder auch nicht. Denkhaftig immer. Na bitte. Oh, hier sind noch weitere. Einfach durch die Tür. Natürlich nicht. Noch so einzelne verspringte Gegner aufnehmen. Jetzt den Kampf. Sehr spannend. Mhm. Mhm. They're heating up. I've got it. Down the hatch. Mhm. Und der Gur ist ihm gefallen. Und ich bin ausgerutscht. Und er ist daran gut geflogen. Und dann mach's mal zu Ende hier. Ich hab den Muskstrenner. Ich bin nicht enttäuschend. Ich hab den Muskstrenner. Ich bin nicht enttäuschend. Ich bin nicht enttäuschend. Ich bin nicht enttäuschend. Jetzt wieder. Ich bin nicht enttäuschend. Ich bin nicht sicher. Ich habe nichts dabei. Ich bin nicht enttäuschend. Ich kann verraten. Okay... Okay... Ich weiß, ich glaube, von mir nicht. Ich weiß nicht, was man dafür tun muss, ich hab's nur irgendwie random geschafft. Das war nur Segen. Wo kommt der denn jetzt her? Du bist zu nah am Mönchenglaufen. Ah, jetzt kommt der Part hier, wo wir durch die Tür durch müssen. Ich weiß nicht mal, was man dafür tun muss, ich hab's nur irgendwie random geschafft. Da muss man Blut vergießen. Das heißt, du musst mal einen draufstellen und den abstatten. Das ist darum, stell dich da mal hin. Ich glaube, du kannst auch die leichten an der Decke abschließen. Ja, aber es ist spaßiger mit einem Teammitglied. Du musst halt einfach nur mit dem Messer auf jemanden losgehen und... Ich hab dafür, glaube ich, den stummen Typen da in der Ecke rumgebracht... ... und ihn geschliffen. Ah, das bringt nichts. Füße auf die Leichen. Schade. Aha. Ah, okay, jetzt. Dann mach ich noch mal eine lange Rast. Weil der nächste Kampf wird interessant. Ich glaube, danach müsste es direkt zu oben gehen. Es kommt noch so ein... Es kommt dieser Kampf mit dem Typen, der es unsichtbar machen kann. Es gibt mehrere, die sich unsichtbar machen können. Diese schlechte von Baal. Ich will mich auch den Schlüssel oder sowas besorgen dafür. Schlüssel? Mit Zoha will was sagen. Ich glaube, du brauchst einen Schlüssel dafür nicht. Ja, doch, du brauchst da irgendwie so ein wahres Amulett dafür. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Dann müssen wir tatsächlich dann noch etwas machen. Ja, ich glaube, die Morde aufklären. Ich bin eine Frau von meinen Worten. Natürlich, aber das würde Wills' Sacrifice wertvolles machen. Und ich weiß, du würdest das nicht wollen. Den verkehrt niemanden. Ja, Schnauze. Wie lange warst du noch? Lager ohne Vorräte? Okay, nein. Teilweise schon fast. Ich habe bloß noch Vorräte. Was denn jetzt los? Wir haben eine Katze. Haben wir jetzt bei Gidda... Bei Gidda ein langes bisschen eine Katze. Ach, der Imperator. Was? Oh, cool. Warum hat mein Körper der Katze nicht du? Keine Ahnung. Weil ich gerade mit ihm unterwegs war. Naja, weil ich was mit ihm angefangen habe. Ne? Ich erinnere mich. Du hast gut gemacht, um nach dem Githyankum zu sehen. Ich würde ihn meinen. Und jetzt, dass du gesehen hast, woher ich komme. Du weißt, was es ist, was es ist. Warum ist er eigentlich nackt? Alles, was wichtig ist. Wir haben beide meine Beziehung mit Duke Elyns stillnamen. Die Geschichte, die ich habe erzählt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen uns alle zu subterfusionen. Wir sind wahre Anliegen jetzt. Wir arbeiten mit uns. Ja. Schön, wenn man zwei Protagonisten hat. Was soll ich sagen? Ich klingt wirklich nicht wie ein Gedankenschinder. Ihr habt ein aufregendes Leben geführt. Und habt ihr es mir verheimlicht. Und habt ihr euch überhaupt verstellt. Und ich habe ein paar ziemlich schlimme Dinge getan. Ich will... Ich weiß nicht, was ich von meinem... Ich bin das Erste. Man nimmt euch den Menschen beinahe ab. Aber mit mir täuscht ihr nicht. Ich bin das Erste bitte. Ich habe meine Methoden zu euren Nehmen. Der einzige Weg, den wir immer noch zu nahe genug mit dem Gehirn, um es zu zerstören, war, indem wir zusammen arbeiten. Aber viele würden eine Mindflare vertrauen. Also ich wusste, was sie hatte, um dich zu überzeugen. Ich habe dich studiert. Deine Motivation. Deine Aktionen. Deine Worte. Deine Worte. Ich habe den beste Weg, um deine Beine zu finden. Mit meinem eigenen. Ihr habt versucht, mich zu kontrollieren. Was soll ich anfunden? Zwei. 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 Und was habt ihr dabei herausgefunden? Dass du komplex bist. Und voll von Veränderungen. Es war kein einfaches Ziel. Aber ich musste dich versichern. Ich brauchte deine absoluten Dedikation. Ich erwartete die Herausforderung. Und ich erwartete deine Resistenz. Was ich nicht erwartete, war, was, wie entschuldigend es wäre. Du war doppelte Antagonistisch. Wunderschön. Du wirst sogar versuchen, mich zu töten. Natürlich war die Zusammenarbeit auch nicht so einfach. Ich will von niemandem als mir selbst kontrolliert werden. Dass ich das richtig verstehe. Ihr beschwert euch, dass ihr mich am Hals habt. Ich nehme die drei. Antagonistisch zum Ende. Das ist doch nicht so Romanzen. Du hast eure Auswahl gemacht. Such ist der Wettbewerb der Freiheit. Und jetzt müssen wir weitergehen. Schade. Ich hätte genau ein bisschen nur Menschen gesehen. Schade auf. Und durch die Krone's magie, es hat eine komplette Kontrolle über alle und alle Mitglieder. Es war intelligent bevor, aber jetzt, mit seiner Hidemacht auf der ganzen Stadt, es ist wohl auf der Weg nach dem Indestructible. Wir müssen es stoppen, während wir trotzdem können, bevor wir, auch, werden es selbst. Ah, ja, das war ja spannend. Und jetzt mache ich, äh, ähm, was? Jetzt habe ich die Sequenz nochmal, jetzt darf mein, jetzt darf mein Charakter das Ganze nochmal durchmachen. Jawohl. Einmal nochmal von vorne, und zwar. Und du, Romans, jetzt. Ich habe noch mal von vorne. Was ist das? 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 Ich habe gelernt, warum haben Sie das überhaupt nicht versteht? Wir haben zu schlimmen Dingen geteilt, ich weiß nicht, oder? Ich habe gelernt, um zu erlernen, aber zu erlernen. Ich stelle dir, deine Motivation, deine Aktion, deine Wände, deine Wände, deine Wände. Ich habe das beste Weg, um zu erlernen, deine Wände zu erlernen. Mit meinem eigenen. Du hast mir sogar recht empfunden, eine Frau zu erlernen. Es ist Zeit, und wir müssen zuhören. Ich versuche weiter zu Urin zu kommen. Wie viel weiter kann ich gehen? Mit ihm halt quatschen. Ich sollte hier mal speichern. Wer seid ihr? Das ist in Ordnung. Ihr habt hier einen Laden oder? Wollen wir also handeln? Der Penitent wird nicht antworten. Der Penitent wird nicht antworten. Der Penitent wird nicht antworten. Es ist der kleinste Blicker der Erkennung in seinem Augenblick. Der Penitent wird nicht antworten. Rüstung des Mondbades. Du hast 22 temporäre Treffpunkte, wenn du Tiergestalt gewirkt hast. Solange die temporäre Trefferpunkte aktiv sind, verringert sie jeden erlittenen Schaden um eins. Du hast Mut, du Bestien dauer. Du hast einen Wurzung plus 2 auf deinen Rüstungsklasse. Außerdem bist du bei Rettungswürfen gegen Zauber im Vorteil. Der Effekt fällt an, solange du ein druidisch Tiergestaltattribut verwendest. Das ist tatsächlich nochmal geiler. Das ist für meinen Druidenkart irgendwie geil. Weil die Entwürfetrüstung schon genial war. Die Tiergestalt supporte besser. Wenn du im Kampfroisch bist, müssen feindlich gesinnte Kreaturen im Radius 3 Meter ein weißes Rettungswurf. Okay, das machen wir auf jeden Fall für Kadach. Zu wenig Gold. Ah, die Rüstung. Hm. Ah, ich werde sie nicht nutzen, weil Tiergestalt jetzt in den letzten Kämpfen. Hm. Schön wäre es gewesen, aber... Wenn ich es früher gehabt hätte, wäre es zwar was gewesen, aber... Gegen den Krieg gar noch. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die ganze... Die ganze Morde-Quest noch machen. Wahrscheinlich aber schon, um die Tür aufzukriegen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die ganze... Um einlass in den Tempel des Baals zu halten, müsst ihr den Abgrund des Totschlags überkriegen. Auch falls ihr so schwach seid, wie dieser... Aspirant wird euch der Ferntöter nicht passieren lassen. So zwingt ihr nur, sterbt. Justen heißt er. Na dann. Der Kampf lässt sich vielleicht bestehen, wenn man hier mal durch... Und hier durchsteigt. Oh, wir hätten mal ein bisschen... So wirklich Tote gibt es hier gerade leider nicht. Und zumindest ein... Dino-Boo können wir hier vielleicht mitnehmen. Ja jetzt. Okay. Jetzt. Ja jetzt. Ja jetzt. Ja jetzt. Ja jetzt. Jeden. Wir brauchen 2 Führer Dann halb ein Skelett gullim kann da bestimmt auch noch schaffen zaubergebuch Ich gehe durch den Kampf noch durch. Ferntöter, das war es. Das war nervig. Aber der Kampf ist machbar, wenn wir uns hier durch die Türen durchschleichen. Dann mach mal, ich bin gespannt. Da unten auf dem beleuchteten Pfad lang gehen ist relativ bescheuert. Da wird man von abgemetzt. Ich hatte, glaube ich, einfach ein Luftelementar rübergeportet und hab den Typen einfach damit fertig gemacht. Ja, wir können alle fliegen, deswegen können wir das jetzt... Ja, das können alle fliegen, das ist gar kein Problem. Ach nee, jetzt nicht. So, möchte der Kampf da vielleicht mal hochfliegen? Nein, möchte er nicht. Möchte er tatsächlich nicht nicht. Er möchte sich jetzt hinsetzen und auf der Trommel spielen. Jetzt sind wir uns nicht in dieser Runde. Ich denke dann, er hat Ausrüstung, die ihm Haste gibt. Das heißt, doppelte Bewegungsreichweise nochmal. Er bringt jetzt sowieso nichts mehr. Aber die Schüsse sind ziemlich stark. Aber die Schüsse sind ziemlich stark. Aber die Fernkampfangriffe von Mönchen sind ziemlich stark. Die Pfeile... Er hat Fernkampfangriffe. Also, wenn die Pfeile ziehen, haben gerade 21 HP abgezogen. Das ist ein einfacher Pfeil, den ich abgeschickt habe. Ach so, ja, ich habe ihm Scharfschütze gegeben. Ja, die Angriffe sind ja relativ fatal. Von den Gegnern. Seit wann kann ich... Seit wann kann mein Charakter... höllisches Dingens. Neulischer Rückschlag. Ich frage mich vor allem, seit wann du so auf Stufe 6 kannst. Interessant. Ich habe das Gefühl, das wäre ein bisschen was buggy. Hm. Wahrscheinlich teilen wir uns wieder alle unsere Fähigkeiten. Hm. Das ist wie eine Mods, die ich installiert habe. Aber... Hm. Du meinst... Du meinst die Mods... Um Brüste wieder dreimal so groß werden zu lassen. Ja, deswegen können wir auch die... Sachen teilen. Okay, jetzt glaube ich weiter. Dann kommt man halt hier hoch. Wenn möglich. Nicht weiter. Natürlich nicht. Ach, vielleicht kann ich da... Dann durch diese Tür geht es auf jeden Fall lang. Kann ich irgendwas nämlich da drüben machen? Ich glaube, die sind zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Du hast noch den roten Typen fertig machen muss. Der Casted Powerbird Kill. Ja, ich... Schick den aber nicht den roten Typen. Das ist zu weit weg. Ja, aber das ist das Hauptziel. Weil Powerbird Kill bedeutet... Alle unter 100 HP... ... sind tot. Punkt. Kannst du bei mir nicht hingegen. Da kann man nicht zu. Ja, ja. Du musst das halt unterbrechen. Das ist auch, ob ich da immer ein Elementar hintergekomme. Ich weiß nicht, warum er dir... Warum er... Bei mir hat er es nie gemacht. Keine Ahnung. Er braucht auch eine ganze Weile. Der Castor das Ritual, das heißt, er braucht eine Minute. Na dann. Werden wir nicht rechtzeitig schaffen, aber gut. Ja. Kann der irgendwas... ... jetzt zu ihm rüberkommen auf keinen Fall. Bewegt mal den Erzboden. Das wir einen Fehler werden, dass wir ihn an den Rand stellen können. Und vom Rand aus kannst du ihn tatsächlich rüber porten. Was sagst du denn jetzt? Was? Ein Backseat-Gamer hier. Ich hab nicht gesehen, was du vor hast. Damit hält jetzt die Gegner dort auf. Und die mit Zauber. Und die mit Zauber. Ach verdammt. Ist so weit weg. Jetzt könnte ich hier schon Scharfschütze spielen. Aber mache ich zu spätestens, wenn ich hier rüber bin. Ah, diese unsichtbaren Gegner sind echt hart. Ja. Hier, der Skelet ist tot, weil eh nur Ablenkung. Mhm. So, keine Ahnung. Jemandang. So, keine Ahnung. Dann kenne ich den hier. Hier bin ich nicht rüber. Doch, finde ich, weil ich da ein bisschen heran wäre. Könnte ich erst daran darüber fliehen. Das ist prinzipiell erreichbar. Hm. Ja gut. Vielleicht kann ich mir das da an den ausschalten. Hm. Vielleicht. Ich glaube da geht hier hoch. Nicht nah genug. Nein, natürlich nicht. Ja und verschenke ich diesen Zug. Ich bin jetzt mit dem Elementar da. Ich kann nicht mit dem Elementar da. Ich kann nicht den hoch zu dem... ... den roten schicken und den dort oben runter schubsen. Vielleicht. Ich habe mir eine Idee. Falls du das überlebt. Steht doch äußerst unsicher. Ja, nimmt auch gut Schaden. Nein. Er ist runtergeflopst worden. Oh. Müsstest du gerade im Stream gesehen haben. Das sah aber ein Doppel aus. Ja, du. Ich gucke den Stream nur so halb. Wie gesagt, ich gucke hier gerade aufs Team die ganze Zeit durch. Was wir sonst noch so machen könnten. Was nicht. Ja, mach das mal. Ja. Ja. Metal Royale ist raus, oder? Definitiv. Schade. Da stehe ich ein bisschen dumm. Das so sieht man aus. In Wettbrennschaft. Das war ein bisschen scheiß. Was? Dann halt nicht. Dann wird halt Astarion hier nochmal abgemützelt. Immer. Ich wollte ihn nicht da rüber schicken. Okay, Astarion ist zu sterben. Das wird also nix auch immer. So viel zu dem Plan. Vielleicht kann ich Kala jetzt. Ja, sehr gut. Kann Kala hier ein paar Leute runter schubsen. Die Scharfschützen im Nahkampfkehlen. Ich kann meinen Charakter vielleicht einen Rückgang machen. Die Frage, ob ich da hochkomme. Ich versuche es erst. Ich stehe hier halt mitten im Feuer. Na ja, die Dark Pictures Sachen wollten wir auch irgendwann mal machen. Du, ich weiß nicht. Du, ich weiß nicht. Also zumindest, also die hier... Da gibt es ein paar gute Telefonen, aber es gibt auch ein paar Sachen, die wir gerne auslassen können. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen Men of Medan und House of Ashes nicht unbedingt machen. Ja. Aber das mit dem Hotel, ich weiß nicht wie das hieß, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, Devil in Me, Dingens, Little Hope und General The Quarry würde ich gerne machen. Und das neue... Ja, du, ähm... Das will ich auch unbedingt machen. Du, ähm... Du, aber... Geld braucht man dafür. Ähm... Es braucht nur einer. Das heißt, ich werde es mir sowieso kaufen. Es gibt Friends Pass. Na dann. Das heißt, das ist dann kein Problem, weil ich will die sowieso haben. Also es ist halt immer gut, wenn die Spiele dran denken, hey, wir optimieren auf Multiplayer. Wieher sollt ihr dann auch dafür sorgen, dass es nur einer kaufen muss? Ich kann nichts machen. Hör mal hier runter. Beschissen. Gehe ich halt zu Fuß. Verschwinden in der Starrenzug. Immer gut. Das ist halt so wie eine Art. Das kannst du aussehen. Das ist gerade noch so ein Durch... eine Durchrückung. Ah, Mono-Venturbžeder. Hey! Ich dachte, ich habe ihn nicht. Ja, ich habe ihn nicht. Dann ist es immer mehr zu guter. Und hier lang. Den kann ich jetzt natürlich nicht mehr. Geht auch der Planfluten. Ich kann auch jetzt hier ein paar Gegner bekommen. Das ist ja fett so rum. Oh, und du Sanderhammer. Mhm. Mhm. Ich nutze mal die Chancen, die mir der höllische Tag gibt. Ich glaube ich es ja habe. Ja. Vielleicht ist es auch Ausrüstung, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Nur wenn, dann wäre es eine verdammt starke Ausrüstung. Du wüsste nicht, dass Sander... ...mal die Stahlausrüstung genommen habe. Es ist halt generell super Buddy alles. Oh, wie wäre es denn, wenn wir wieder mal Overcooked spielten? Ja, sehr gerne. Nein. Das würde ich auch nicht sagen. Die Spoten erst mal noch. Ich hoffe, das ist mein Charakter jetzt endlich mal. Du musst weiter gehen. Nächsten Zug dann wohl. Er ist auch noch zu weit entfernt. Klappt, Dreck. Geht ein weiterer Zug drauf. Ja. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Übrigens, der Typ hat immer noch nicht seinen Fluch, den er angeblich kann. Ja, der braucht ein bisschen. Ich hätte das für einen Geruch, Gericht, dass er das kann. Ne, ne, er braucht, glaube ich, wirklich so zehn Runden dafür. Ah. Noch sechs Runden. Oh, ich bin tot. Und Kader ist noch am Leben. Und die kommen von hinten. Hm. Tja. Er hat sich der Kampf jetzt hier nach hinten verlagert, auch gut. Es liegt wohl leider ein paar noch. So viel ist es gar nicht mehr. Dann kommen wir hin. In der nächsten Runde. Von hier aus vielleicht schon mal. Natürlich nicht in der Reichweite. Den Kern hat hier noch zu kämpfen. Schattenschutz. Endlich mal. Ich bin Bewegungsrate. Ich bin Bewegungsrate. Fantastisch. Dann halt nicht. Den wählen wir jetzt abmoksen. Er wartet den nächsten Tod vor. Ach, schade. Part nicht gefunden, Part nicht gefunden, Part nicht gefunden. Mist. Man muss hier unten, unten hin. Na, was ist hier los? Ob wir gehen nicht durch. Das geht aber da hochfliegen nicht. Ziemlich scheiße. Nein, der Vater ist nicht gefunden, ja. Okay, aber hier runter kann ich aus irgendeinem Grund. Was nämlich direkt in den Ziel in die Linie bringt. Was ziemlich scheiße ist. Und mit den Ressourcen. Ich versuche mal ein bisschen aus der Reichweite rauszugehen. Ah, jetzt kann ich hier hochklettern. Fantastisch. Spoten. Kann ich ihn schubsen? Sie kann nicht gewaltsam bewegt werden. Ah, schade. Dann greife ich ihn nochmal den nächsten Zug an. Kann auch, steht jetzt hinter ihm. Das haben wir gleich. Du musst weiter gehen. Warum hat dein Count eigentlich eine weibliche Stimme? Warum nicht? Das ist auf die Wärme gedrückt. Ach, scheiße. Jetzt hat der Trick gesagt, sich runter transportiert. Und ich stehe oben. Ich wusste nicht, dass er das kann. Was hat es mir meine Chance genommen? Ihn auszuschalten. Der Mistkerl. Ich kann fliegen. Drecksack. Ich bin in Bewegungsrate. Fantastisch. Ich liebe es. Der nächste Zug ist dann wieder weg. andsschlauch. Okay. Okay. Ich bin so ein Fisch. Ich bin so ein Fisch. Ich bin so ein Fisch. Wie weit können deine Stründen? So weit. Erstmal vollglich Nebelschutz eingesetzt. Na, die Fernkämpfer hier, so nervig. Das hier muss man Adrigs rüberholen. Ich habe übrigens mal ein bisschen gegoogelt. Der Error sagt tatsächlich nur, dass wir ungleiche Mods haben, was wir nicht haben. Es ist ein bekannter Bug. Was aber im Endeffekt heißt, wenn wir uns dasselbe Mod-Setup runterladen, müsste man Multiplayer mit Mods spielen können. Naja, ich denke aber nicht, dass das noch was wird. Nö, aber vielleicht für später irgendwann mal wirklich sagen. Okay, fuck it, wir nehmen jetzt diese 150 Mods von denen sich... Ich weiß nicht, ob ich noch einen neuen Spielstand, wo das geht, anfangen will. Wir sind so weit gekommen hier und das ist wirklich ein bisschen... Nicht direkt, aber vielleicht in einem halben Gau oder so. Ich habe nicht gefunden in so einem Scheiß-Trick. Ich hätte schon Lust, einfach wirklich ein Stufe 20 Ding zu machen. Alle schön mit viel Multiclass. Einfach... ...x verschiedene... ...x verschiedene Subklassen, die einfach nicht existieren sollten. Okay, Schattenschritt. Finde ich schlecht. Und die Ecke schießen kannst du nicht? Nein, dazu brauchst du ein Magic Missile. Ja, Staron ist leider tot. Ach, der ist immer tot. War der überhaupt schon mal am Leben? Dies unsichtbare Gegner, ich kann kurz ansetzen. Aber es sind nur noch weniger. Aber er hat doch einer von uns sogar wohl aus Auge. Das macht viel zu wenig Schaden. Wahrscheinlich ist der, der das Auge hat, tot. Sehr schön. Ich komm mal nur zuerst von den hier. Ich komm mal nur zuerst von den hier. Sehr schön. Spiel vorbei. Ich gucke, er wurde besiegt. Schade. Ich hatte ihn fast. Zwei Schüsse noch von dir und der wäre... ...am Ende gewesen. Ja gut. Da muss man leider durch, oder? Da muss man leider durch, oder? Um zu... Ja, da muss man. Unabsolver. Lass noch mal machen. Ich weiß nicht, wenn du Lust hast. Ich kann auch eine Runde Make-It-Meme starten. Ist gerade eh hier abgestürzt. Ich meine, zu Uri noch... Spiel ist hier abgestürzt. Zu Uri kommen, weiß nicht, ob das sowieso noch machbar wäre, weil die Tür ja dort... Der sich wahrscheinlich eh noch mal... Du müsstest erstmal den Mod verlösen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Weg gibt, da durchzukommen. Ja, gibt es tatsächlich die Morde begehen. Aber jetzt da gerade durchzukommen... Ist da durchzuschauen. Nö. Fast so als wäre das Spiel ein langwieriges RPG. Irgendwie. Was ich jetzt noch machen könnte, wird Skurdash geben, den nochmal anmoksen. Das könnte man nun mal. Schaffst du nicht. Das schaffe ich. Und dann... Feel free. Wir müssen uns nur in den... Sein Hinterzimmer krasseln und dass... Der Kampf ist... Und sein Büro ist... Selbst mit Stahlwachen ist der... Dann wird es Level 11 Charaktieren sowieso... Easy schaffbar. Den habe ich... Also Skurdash Kampf. Die Stahlwachen sind das größte Problem bei dem. Ich bitte dich den Klima... Ohne Stahlwachen ist der... Ohne Stahlwachen habe ich den Kampf im Dark Urge... Habe ich den... Zehn Minuten... Habe ich dafür gebraucht. Weil man... Weil ich mich vorher nochmal durch den Thronsaal kämpfen musste, war das... Hat ja... Hat das einen ganzen Part gebraucht, aber... Ich bin ziemlich sicher im Dark Urge mit... Mit dem Mantel und einem Assassin im Team... Hast du das... Auch im Thronsaal relativ schnell erledigt. Aber auch in meinem ersten Durchgang habe ich... Also wenn du dich durch den Hintereingang ins Büro schleichst... Dann hast du das... Na ist Skurdash... Der leichteste... Ich habe das mit meinem Bahn gehabt... Mein Team war ein... Du hast es gesehen... Du hast mein Team im ersten Durchgang gesehen... Wir haben... Gemeinsam den Urgenkampf gemacht... Dass du dich den... Du hast dir das Thema angeguckt... Wie scheiße gelevelt das Team war... Und das Team hat es geschafft... In... In einer halben Stunde den Wurtersch Bosskampf zu schaffen... Das war der... Und der Bosskampf... Ich kann es dir jetzt zeigen... Können wir nochmal... Jetzt hat es gleich endlich geladen... Musst du nicht... Ich habe nicht wirklich Interesse daran... Ich mache es jetzt nochmal... Ich habe übrigens alle... Ich habe jetzt übrigens alle... Interessante Spiele im Game Chat... Verstehen... Also ich hier den Kampf nochmal machen... Das mache ich... Im Leben nicht... Ähm... Hä... Das ist super lustig... Hört zumindest mal cool aus... Außerdem ist der Film super... Bestimmt... Hä... Killer Clowns vom Outer Space ist super lustig... Kann ich nichts zu sagen... Ich gucke jetzt wo man den streamen kann... Ich gucke jetzt wo man den streamen kann... Nein... Nein... Bloß nicht... Oder irgendetwas anderes... Keine Ahnung... Fangen wir mit Palgut an... Oh ja... Tatsächlich... 7... 94 HD Prime Video... Easy... Ja... 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 Ich mache mal einen... Ich mag generell keine Horrorfilme... Ich mag generell keine Horrorfilme... Hä... Nicht mehr sowas wie Nightmare on Elm Street? Nein... Was ist denn mit dir? Ich mag keine Horrorfilme... Ja... Traurig... So... Wo geht es denn jetzt zu Gortash... Darüber geht es zu Gortash... Darüber geht es zu Gortash... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Wow man... Sieht ein Empire Denys hier so scheiße aus... Oh ja... Zu viel Stahlwaffe... Ich muss ihr durchs Gefängnis... Ah... Es muss die Kohlenung machen... Mal blöd gefragt... Wollen wir uns bei der Gelegenheit eigentlich schon mal Little Lightness 3 vorbehalten... Der ist nämlich tatsächlich Multiplayer-Koop... Ich weiß nicht ob ich den Multiplayer spielen will... Ich würde ihn gerne alleine spielen eigentlich... Aber das Multiplayer-Only ist... Äh... Es ist nicht Multiplayer-Only... Aber es ist mit Multiplayer... Und es ist glaube ich ein guter... Was ist denn hier los... Ich hätte Bock drauf... Sollte hier nicht die Gründungsszene stattfinden... Das ist etwas buggy... Und dann... Dann... Ich... Ich... Ich gehe dann mal... Ich gehe dann mal hier durch... Willst du nicht durch die Wand gehen? Die ist ja gerade eh nicht da... Oh... Besser... Du hast einen Mönch der Darkness Carsten... Kann Carsten Darkness um mich rum... Ich komme hier nicht durch... Du hast einen Mönch der Darkness Carsten... Kann Carsten Darkness um mich rum... Und gehe durch die Tür... Kein Ziel... Kein Ziel... Das ist dunkelsichtig Darkness... Schön... Und wo ist Darkness? Ach hier... Die... Die lustigen Wirbel... Alle sind Blind... Ja... Außer der Mönch... Und der Mönch kann einfach durch die Tür gehen... Beziehungsweise die Tür öffnen... Jetzt kannst du durchgehen mit der ganzen Party... Sehr schön... Eigentlich hätten wir hier angegriffen werden sollen... Eigentlich hätten wir hier angegriffen werden sollen... Eigentlich hätten wir hier angegriffen werden sollen... Und... Erstmal gegen die Stahlwache... Deshalb Darkness... Aber schön... Das war sehr buggy gerade... Die Tatsache dass wir hier sind... Ne... Nee... Das ist mit Darkness immer relativ easy... Oder Nebelwolke oder irgendwas... Nee... Aber ich bin... Dass ich bis dort hinten hingekommen bin... Eigentlich ist der Kampf... Eigentlich findet der Kampf statt... Sobald du die Tür betrittst... Bis zum Drohnen Saal... Das war hier gerade sehr buggy... Lol... Bei mir war das auch nicht so... Das haben wir doch im letzten Stream gemacht... Das war das Ding im letzten Stream... Das war da... Sobald war... Wir haben ihn doch einfach nur... Wir haben ihn doch einfach nur... Als erstes angegriffen... Das ist ein hoher Preis... Für die Tatsache... Hier... Was? Es scheint... Du wirst es bezahlen... Okay... Ähm... Es gibt jetzt zwei von dir... Es gibt jetzt zwei von dir... Es gibt jetzt zwei von dir... Guck mal... Leiter heißt... Ne... Das ist... Das ist Kala... Also die sehen von... Die sehen von denen gleich aus... Ah okay... Ich habe mich... Ich dachte schon... Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert... Ich hätte mich jetzt... Nein... Ich hätte mich nicht mehr gewundert... Aber... Okay... Hier sind ein paar Stahlwachen... Das wird auch bald Magic benutzen... Ja... Fliegen können wir nicht mehr... Wo sind denn die Stahlwachen? In den Mauern... Wo... Wo sind... Die Punkte auf der Map sind... Stahlwächter... Hier... Ich sage nicht... Die sind nicht angreifbar... Da hinten ist einer... Das wäre... Superoptimal... Sagen wir mal so... Das wäre wirklich scheiße... Ich habe hier zwei rote Punkte... Auf der Map... Die nicht da sind... Das wird... Ne... Die sind vielleicht... In einer anderen Ebene... Könnte sein... Ja... Ach... Der eine steht über mir... Stehen die nicht alle über dir? Da komme ich mal hier hoch... Mit dem squishy Magier... Der kein... Der nichts anhat... Mit dem nackten Magier... Ja... warum nicht... Könnte keiner auch noch mit hochschicken... Keiner Dach kann auch mal mitmachen, können vielleicht von oben reinkommen Das ist da und gleich hier oben, keine Ahnung wo es hier oben landet, ich war hier noch nicht oben Runterschubsen wird wahrscheinlich nicht klappen, keiner ist da und dann mal gleich mal versuchen Hm, ist zu schwer Und warum habe ich Dark Urge mäßige Effekte, wenn ich Sniper Smiten Vielleicht nicht sagen, dass wir zwei komplette Maps komplett geklärt haben, von allen Leben Ja, ich bin immer noch nicht Dark Urge Bist du sicher? Ja, wir hätten auch gut Dark Urge spielen können Das wäre Wir hätten auch kaum einen Unterschied gemacht Oh oh Schnell raus hier Du kannst doch schießen mit ihm Ja Ich habe noch mal Höllischen Tal auf seine Reiche gemacht Warum kannst du das? Ich weiß es nicht Das hast du nicht können Vielleicht war ich zu böse Aber dein Counter kann es nicht mehr Moment, was? Hast du mir meine Hände für du geklaut? Kann sein Gut, das erklärt auch warum ich nicht mehr joinen kann Das hat ja sehr viel gemacht Das hat ja sehr viel gemacht Du hast irgendwann einen Quack gefunden, der das besorgt hat, dass wir einen Mod-ähnlichen Effekt haben, der das besorgt hat, dass es nicht mehr kompensibel ist Tja Es ist eh der letzte Team heute Ich kann zum Schluss mit dem Charakter nochmal durch die Unterstadt laufen und dann abmuxen Das wäre noch meine Maßnahme Das wäre noch meine Maßnahme Ah Warum bewirkt eines Mites Komm noch was Ah Warum ist mein Klapp da tot? Ich habe eben noch nicht HP. Zu Scherz und Stoßen. Ich wollte es mal versuchen. Okay wir kommen jetzt auf die Waffen. Das war ein schöner, das war ein schöner Tod. Ne die ist noch nicht tot. Sie hat gerade 0 HP und war ohnmächtig. Sie hat 14 HP. Die war aber gerade ohnmächtig. Jetzt ist er tot. Eine Stahlwache auch. Das kann serviert werden. Ja es ist serviert gerade hier. Und warum gehst du nicht mit dem Mönch endlich in den Wild Shape? Und mit Astario? Er kann, okay die sind Wild Shape. Er weiß, weil er so kämpfen kann. Der der fucking overpowered ist. Weil es jetzt eh vorbei ist. Ah shit. Was solls. Was? Na der hat das drin. Ich haue aber einmal rein. Kannst du irgendwie ein bisschen Magier reinschicken? In die Täuschungsbestie. Jetzt mach das endlich. Wenn du meinst. Ja das sind nochmal wieviel Bonus HP. Mal gucken. Ah ja 85 Bonus HP. Ne kein Ziel. Zu niedrig. Ziel zum Teleportieren auswählen. Scheiße. Ich kann mich nicht nur teleportieren. Ich kann mich nur teleportieren. Ja das Ziel zum teleportieren ist ein bisschen nervig. Du brauchst ein Opfer. Du musst irgendein lebendes Objekt haben. Ja dann wird das nix. Du müsstest auf die andere. Du müsstest auf die andere Seite von dem Dach springen können. Warte mal was ich gerade gemacht habe. Ja. Und von da aus kannst du die Leiter runter gehen. Oh. Du kannst auch wieder eine Schattage. Ach du hast es mir nicht geklaut. Du hast es nur kopiert. Wir hätten den Ausbreaker nicht umbringen sollen. Wir hätten den Ausbreaker nicht umbringen sollen. Ja. Das war ein Trano Schaffiner. Ich bin 100% sicher. Es liegt alles nur daran. Das muss ein Nahkampfreicher dazu sein. Ähm. Das mit dem Verlagern ist quasi du greifst das. Du greifst dieses Vieh und Oh das war ordentlicher Fallschaden. Du greifst den Gegner und teleportierst dich mit ihm und machst einen psychischen Schaden währenddessen. Jetzt kannst du es zum Beispiel tun. Nein. Sie ist zu weit entfernt. Ja. Du kannst einen Schritt gehen. Ich würde dir aber raten erstmal die drei Angriffe zu machen. Mal schauen ob ich das kann. Jetzt gehst du einen Schritt näher ran. Und jetzt kannst du dich verlagern. Ja irgendwie nicht. Ich fahre überall hin wo du gerne möchtest. Ah doch. Ja. Und das gute an den Stahlwachen ist. Es ist immun gegen psychischen Damage. Das heißt. Du kannst dich sehr oft teleportieren mit dem Ding. Das ist halt ein super starker AOI Angriff. In dem Fall. Weil du hast halt eine Musik. Ach ja stimmt. Die sind auch relativ schnell. Sicher. Du hast keine Bonusaktion mehr. Weil du einen kritischen Fehler gemacht hast. Ah der wird jetzt hier gemobbt. Ja. Du kannst dich schön auf diesem Dach rumporten. Damit egal wo er hingeht. Äh erstmal die drei Angriffe. Die drei Angriffe nochmal. Ist ein sinnvoller. Ja jetzt ist vier Täuschungsbestien gegen sich. Ja. Wobei die nur andere als wenn man in deren Range geht. Ähm. Was er aber nicht. Ne die kann ich ja steuern. Ähm kannst du. Kannst du sie nicht steuern. Zumindest nicht wirklich. Und fünf Täuschungsbestien. Ja. Und damit hast du rausgefunden wie man Täuschungsbestien steht. Wie gesagt. Wenn es halt jetzt nicht unbedingt ne. Stahlwache wäre. Wir leben noch. Ja das. Ja. Wenn es halt nicht unbedingt ne Stahlwache wäre. Dann könntest du den Gegner auch nehmen. Und dich wirklich rund auf der Karte rum teleportieren. Wie du lustig bist mit dem. Das habe ich ja letztes Mal. Ich habe ja als Täuschungsbestien die halbe Faust. Ähm. Getötet. Ja das habe ich leider nicht gesehen. Draußen am Camp. Ich weiß dass wir ein bisschen Schade für uns da so aufgeteilt haben. Du musst mit ihm nicht springen. Er kann auch einfach runter gehen. Weil Gruppen. Weil Gruppen aufteilen auch mal ne gute Idee ist. Ja die beiden sind tot tot. Du kannst die bei ihm. Ja hast du noch irgendwie ne Scroll bei dir? Nö. Ich meine ich weiß es nicht auswendig. Aber ich gehe über 9. Ich gucke mal kurz in dein Inventar. Und ich müssen halt mal kurz ins Camp. Und ich kann auch was in so einem und ich was. Nö. Natürlich nicht. Nö. Ähm. Frage. Gortash ist der letzte Kampf den du heute machen willst oder? Ja wahrscheinlich. Den würde ich aber gerne noch schaffen. Dann schmeißt. Dann schmeißt die Spectator Flasche auf ihn. Beziehungsweise öffnet sie. Ist eh alles vorbei. Ich hab den. Es wird sowieso. Ja ich hab. Ich hab den noch nie gesehen. Und ich will wirklich sehen wie der Spectator grotash fertig macht. Ich bin ja derzeit nicht möglich. Das ist auch sehr toll. Danke. Ähm. Ach. Zufrieder. So schwachsinnig für alles. Na hey. Jenna ist weg. Ah ja. Das ist nur eine positive Sache. Hast du noch genügend Geld bei dir? Ich weiß es nicht. Wo ist Arapena hin? Ah ne. Das war halt anders. Das war nicht genau. Der T ist die Wichtige. Ich will mir helfen meine Klasse zu retten. Ich will mir helfen meine Klasse zu retten. Schöne. Ich warte gleich noch zum Waren. Ich will alle meine gefallenen Begleiter aufwecken. Ja. Ja. Das habe ich immer gemacht. Ich musste die bisher einzeln aufwecken. Weil auch bisher von meinen meistens nur einer gestorben ist. Aber auch wenn alle gestorben sind musste ich bisher immer einzeln. Nein. Musst du nicht. Doch. Ich habe das bisher. Ich sehe die Option gerade bei mir zum ersten Mal. Also bei mir ist die Option gerade zum ersten Mal aufgetaucht. Das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Tja. Entweder habe ich sie übersehen oder sie war bei mir noch nicht. Ist jetzt mit Zora da auf dem Camp. Und warum kann ich badische Inspirationen? Moment. Was? Ich kann es nur wieder herstellen. Das ist von deinen Schuhen. Das ist von deinen Schuhen. Soll ich meinen Kraft jetzt noch zum Baden umleveln? Wenn du ein Level abkriegst. Hey. Gönn dir. Und bitte eine Katze. Lass mich raten. Hm. Nicht. Nachdem jetzt drei Mal Katze hintereinander waren. Zu Gott, dass ich komme. Ich kann leider keine Untoten erschaffen. Stahlwagen kann man nicht dafür benutzen. Hm. ja es ist auch eine falle ja wir sind mal kurz beträubt warten mal kurz zwei drei rettungswürfe in derzeit eine map nach wahren sehr schöne falle ich finde es doch toll wie du dich nicht darum gekümmert hast dass aus baron irgendeine robel kriegt oder irgendeine kleine soll er immer noch nackt öffnen ist doch dein ding wenn du möchtest kannst du ihm auch noch die unterhose ausziehen ist doch dein ding passt zu ihm eine betäubung warum nicht ich hoffe es große aufnahme von seinem papier wieder mal speichern war das nicht auch mal in dem patch drin dass er die physik von denen geschlechtsteil geändert haben willst möchtest vielleicht als ersten move jetzt tatsächlich die flasche einfach auf ihn werfen und gucken was passiert ohne dass du im kampf bist wenn idee wenn ich es schaffe nach einem bestimmten punkt passiert es muss es nur grob in die nähe werfen der ist hostile gegen alles außer dem beschwörer ist die leuchten und du hast noch ready bei dir im winter ja die eisenflasche die eisenflasche wobei ich nicht weiß ob man sie werfen muss oder ob man sie öffnen muss ich glaube man muss sie werfen es ist eine flasche untersuchen und fallen lassen werfen ich kann sie untersuchen und ich kann sie fallen lassen oder werfen versuchs mit werfen ich kann sie nicht auch untersuchen 100 prozent funktioniert ja wir sind mehr fix unterbrochen du stehst gerade auch mitten in du stehst auch mitten in der ecke ich wollte nicht rein rennen weil sonst beginnt der dialog und na komm wirf ich bin gespannt sehr schön ja es funktioniert das spiel hat sich aufgehängt und rein hier nicht den spectator angreifen greif gottasch an genieß einfach aber es gegen uns der spectator ist gegen alles raushalten erstmal raushalten alle deinen züge skippen ich greif die steilwache an ich greif die steilwache an ich greif die steilwache an ich kann auch mitmischen theoretisch ja ok greif jetzt mich an ja damit war zu rechnen weil du bist jetzt im kampf und du bist in der dangerzone der ist sowieso gleich down aber er ist schwächer als erwartet aber er ist schwächer als erwartet greift aber auch an dran ja ich glaube der fällt soll ich mit Kaderon zu durchskippen oder ne ne jetzt kannst du auch einfach rein gehen in den kampf und ihn erstmal nicht angreifen den spectator kannst du erstmal in ruhe lassen der ist sowieso gleich down also der ist eine super ablenkung gehe ich mal zur rauf ich hab gehofft dass du schon mal ich bin drüber ich bin drüber aber nützlich dass das ganze team fliegen kann ich schlacht mal Kortasch ab ich stehe auf einer rommelwache aber was ist das so ich erkasse dich in deinem Schutzding du kannst die bombe auf ihn werfen beziehungsweise du kannst generell bomben werfen hier auf dem Boden liegen ne kann ich nicht ne jetzt nicht mehr aber als Aktion ne kann Kaderon auch generell nicht komm mal dazu ich geh den sogar in der ersten Runde schon zur Toten des Snipe zurück das sieht gut aus gut dass du Glück der Pferdenreiche mitgenommen hast ja das sieht gut aus er hat 112 kb er ist schon halb tot wir spüren etwas der Starion bist du nochmal der hat keinen schönen Tag du kannst den kannst theoretisch einen Cloud of Daggers auf Stufe 6 da reinhauen ich hab ne andere Idee oder einen Magic Missile das gibt's auch 85 sehr schön ja es hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht aber es hat ich mein der Starion hat keinen Schaden gemacht aber unsere Angriffe die zwei Nahkämpfer haben Schaden gemacht gut das ist gleich Geschichte müssen wir uns noch auf die Hunde kommen du dominierst diesen Kampf gerade richtig krass na bloß die anderen beiden sind tot also Starion dein Körper ist tot noch noch und es sind noch zwei Stahlwaffen hier also vielleicht ist das noch nicht ich glaube der müsste Gott erschmiss dich auch gleich ja nächste Phase aber egal aber egal Moment sehe ich das ist gerade richtig dass seine super Götter auserwählten Form einfach nur er in groß ist ja mehr oder weniger hast du noch nie gegen Gott gekämpft nein ich habe ihn sofort fertig gemacht ich habe ihn tatsächlich mit Berylmancy fertig gemacht das heißt ich habe alle Sprengsachen die ich finden konnte in seinem Gerogenlager bevor er hochgegangen ist ich habe auf ihn gewartet ich habe ihn mit einer Assassinate aus dem Hintergrund erst mal fertig gemacht und dann fester hochgejagt aber der ist gelähmt das ist sehr gut Wasser den den ist der sein das ist das ist das ist wäre Die haben keine guten Werte, seine Leute, oder? Die Stahlwachen, halt. Und wir sind tot. Kadav ist nur noch da. Und Kadav ist tot. Hey, was? Okay, wir wollen wiederbeleben. Von irgendwem. Es darin lebt auch wieder. Die einer von euch hat. Wir nutzen was. Die Feuerwehr auf Kotasch. Äh, Helmswort. Wie selbst. Ich muss heilen. Starwan ist wieder da. Hat er noch trinken? Nee, hat er natürlich nicht. Aber er kann hier. Ehe Zauber. Sehr hilfreich, gerade. Nicht fünftest. Das war ein vollkommen gewastet, das ist besser. Okay, jetzt lebt nur ein Starwan. Okay, jetzt lebt nur ein Starwan. Okay, wir haben es verloren. Sie wollen nicht diese Stadt nehmen. Das ist ein business. Astarion, okay. Ist tot. Oh, ja, eine Pigby's Hand. Wow. Gut, so viel dazu. Ja, und jetzt misch dich in den Kampf einfach mal nicht ein, wenn der Spectator da ist. Und schmeiß ihn näher an, Gortasch. Näher geht, glaube ich, nicht. Das war schon dicht genug dran. Ja, aber das wäre halt, glaube ich, ein guter Punkt, weil dann sind alle schon angehört. Der ist, aber ich habe den dort hinten hingepackt, aber der ist trotzdem nach drüben gerannt. Ja, weil du halt in den Kampf engaged bist, wenn du dich raushältst, dann kräft dir erstmal die um sich herum an. Schauen wir mal. Das ist halt die Sache. Wie gesagt, ich würde ihn halt erstmal ein bisschen krumm kämpfen lassen und dann, wenn alle dabei sind und schon gut angeschlagen, dann mit der Gruppe rein. Das ist sinnvoll. Aber das mit Gortasch war ja gerade sehr gut. Das war in der zweiten Phase ein bisschen scheiße. Aber damit skippt man ja durch die Eisenflasche, skippt man ja den kompletten Dialog, der vorher da war. Na und? Vielleicht ist der dadurch verwirrt und greift noch nicht so gut an. Potenziell, ja. Ja gut, ich weiß jetzt, ich muss jetzt irgendwie ins Brinde schießen. Na, ich glaube, ich muss noch ein bisschen näher ran. Ah, hier. Okay, gut, er schützt sich. Um den geht's ja nicht. Der... Oh, hier sind doch alle drin. Ja, der Spektäter hat mehr Leben als vorhin. Ja, jetzt haben wir hier mit der Stahlwaffe zu tun. Dann kümmert euch um die Stahlwaffe und das hinterhinten kämpfen. Ja, wenn wir noch können. Ach, schicker Staron in der ersten Wunde im Wildschirm. Der Staron ist fast tot. Ja, wie gesagt, wenn er lebt, dann krieg ich den Wildschirm. Das ist für uns gute Werte. So, ja. Macht Broterschaden. Nicht schlecht. Er konzentriert sich gerade auf Gorotasch. Sehr gut. Weil der am nächsten war. Und wahrscheinlich das gefährlichste Ziel ist. Es ist ein Beobachter. Er ist nicht dumm. Und der Kampf verlagert sich zu uns rüber. Nicht schlecht. Es sind nur die Minions. Und der Hund kann nichts. Ich kann beißen. Wie gesagt, Astaron schickst du ihn in den Wildschirm. Dominant Person. Könnte was sein. Dominant Person kannst du auch spieren. Zu spät. Ja. Aber jetzt kann ich hier. Nein, kann ich nicht. Nein, aber du hast 85 Puffer LP. Und du kannst verlagern. Und gerade irgendwie auch nicht, weil ich zum Blöden nachstehe. Ja, das ist suboptimal. Du kannst ihn oben in der Leiste auswählen. Ja, bin ich im Finder. Da war er gerade. Es wird dann weiß markiert auf der Overworld Map. Ja, aber welcher ist das von denen? Der. Der erste Ausgegraute. Eins, links, zwei. Das bin ich selbst. Von den drei rechts ist es der linke. Ich sehe zu weit entfernt. Ist egal. Ah, hier erzählt sie für die Position. Von den drei Typen rechts ist es der linke. Ah, ja, ich kann nichts. Nein, aber du hast ein illusorisches Ding. Irgendwie ist verlagern verpackt bei dir. Es ist alles verpackt. Und bei meinem Card kann ich auch gerade nichts machen. Ich kann mich heilen. Ich kann hier eine Runde laufen. Um zur Stahlwache zu gucken. Nein. Wensbefehl. Ich kriege noch Treffer. Ich treibe die da drüben. Gott, das ist geliebt. Warum hat jetzt den Charakter... Das ist doch scheiße. Die Täuschung ist bestanden gegriffen. Ich will sie im Zweifel bei so einem Klumpen oben in der Leiste aus. Mach ich jetzt auch. Ja. Ich gebe ihnen das Sneak Attack. Nicht mit dem Wörbenden. Schön, dass du das immer nach dem Angriff sagst. Ich kann das schlecht. Ich versuche das Timing rauszukriegen, wenn du was du vorhast. Wird mal Zeit. Es ist auch nicht schlau, die Stahlwache jetzt hier in den Klumpen an den Leuten anzugreifen. Passt schon. Wo soll ich sie sonst angreifen? Die greift uns an. Ja, auch wieder warm. Soll ich sie bitten, wegzugehen? Ja, was macht der Beobachter? Er greift Gotasch an. Weiter. Der Beobachter grindet Gotasch einfach weg. Yep. Ich kann dich vielleicht... Natürlich nicht. Kein noch mehr Chaos verursachen. Ich kann den Klumpen noch größer machen. Der Klumpen fällt größer. Natürlich. 18 Schaden. Stark. Ein weiterer Tag der Kampf. Ist nicht schlecht. Ist auch schlecht. Die Glocken haben geläutert. Irgendwie ist eine Glocke runtergefallen oder so. Möglich. Die Explosion hat zumindest den einen goldenen Typen fertig gemacht, der im Klumpen stand. Und hat den anderen Typen zerfetzt. Wie ich sehe. Wie kann es eigentlich sein, dass der Spectator doch nicht angekratzt wurde? Angekratzt schon, aber... Noch nicht ernsthaft angegriffen. Kaum. Er wird gemockt. Der Klumpen muss sich auch lohnen. Das sieht doch gut aus. Und zack. Und die Final Fantasy Battle Musik. Ich finde, das klingt... Ich finde, das klingt ein bisschen wie Final Fantasy Battle Musik, die ist zwischendurch mal mal. Das ist dann so zwischendurch mal. Das ist so ein bisschen... Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ich kenne keine Fantasy Battle Musik nicht und ich habe deinen Stream aufhüllt. Verständlich. Sonst würdest du mich doppelt hören. Einmal ist mehr als genug. Das ist zwar Selbstmord, aber jetzt habe ich die Waffen ausgedrückt. So, kann irgendjemand mal mit meinem Charakter aufhelfen. Oh Gott, das ist gleich alleine mit dem Spektator. Weil die anderen rübergekommen sind hier. Ich glaube, ich mische mich mal ein, oder? Das wird mal langsam. Ne. Äh, okay. Du hast da noch einen Typen vor dir. Der kommt gleich rüber. Und wer ist eigentlich jetzt dran? Na, das ist die... ...illusorische Kopie. Sie... ...skippt gleich hier in turn. Mal kurz warten. Sonst kannst du auch oben in der Leiste klicken. Okay, Gotash kämpft jetzt aktiv gegen den... ...Berobachter. Mit nem Fehlschlag. Ich bringe mich hier schon mal an. Das Positive ist, er konzentriert sich darauf, ...die Angriff von ihm abzuwehren. Das heißt, ihr könnt normal angreifen, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann nutze ich mal die Zeit zum Hirn. Was sei denn? Ach, scheiße. Etwas werden können. Einen Schritt nach links. Vor die Verbündeten stellen. Vor die Verbündeten. Scheiß drauf. Ich hab eine Stufe oder zwei, damit sie sich selber heilen kann. Ja, zwei Stufen für das Action-Searchen. Das ist smart. Hatte ich dir gesagt, dass du das machen solltest? Keine Ahnung. Ja, du wolltest doch drei Level in den Fighter geben, ...für den Improved Critical. Nicht Magic Missile, nein, brich ab. Bitte. Ich hab schlechte Nachrichten für dich. Das ist der schlechte Zauber. Ich meine, er ist cool, wenn Kikler geschützt sind, aber... Ich hab noch schlechtere Nachrichten für dich. Das ist das Level. Pass auf, was gleich passiert. Ich hab noch schlechtere Nachrichten für dich. Pass auf. Ist der Mönch tot? Wild Shape. Ich werde dem Mönchchen Wild Shape gehen. Die Führung macht sich jetzt. Spiel solltest du mitnehmen. Joa. Ja. Und... Okay, ich weiß, was du falsch machst. Du musst einmal auf das Ziel klicken und dann irgendwo anders auf der Map hin. In den Zielbereich. Dann kannst du dich mit dem teleportieren. Ich teleportier mich halt an den Ort. So, jetzt ist nur noch Grottasch und der Inspektor und... Ich glaub, jetzt sollten wir mal angreifen. Inspektor, der ist Stufe 9. Den kriegst du. Ich konzentriere dich auf Grottasch. Nein, ja. Vielleicht nicht mit 2 HP. Aber wir haben eh nur noch 2 HP. Äh, wir sind da da. Der Kampf ist vorbei. Wo war's, der Spectator? Ich bin tot. Kala was tot? Das Darum des Todes. Wir haben Wild Shape Mönch und der auf... Wenn er vorbei ist, ist er auf 2 HP oder so. Der Kampf ist vorbei. Die Täuschungsplätze hier ist sehr stark. Ich hab damit die meisten Gegner, äh, gewonshottet. Ich könnte sogar tatsächlich die realistische Chance gegen Grottasch haben. Zum Spectator mit dem Spectator-Porten zu, Grottasch. Zu spät. Gibt's den Spectator mit? Nein, natürlich nicht. Ich kann keinen angreifen. Sehr schön. Ich bin am Arsch. Ja, das... Ich kann eine sozorische Kopie machen. Das ist gut. Pack die einfach daneben. Ich bin zu weit entfernt. Tja. Hab ich gerade richtig gesehen, dass alle idlosorischen Kopien den Effekt kurz vor explodiert von der Stahlwache haben? Okay, das Darum ist tot. Oh mein Gott, das will. Das ist nicht... Sag doch, wir sind am Arsch. Natürlich nichts. Zeit, um die Hände zu pressen. Ich sitze weit entfernt. Lass dich dir doch den vor dem. Die haben dieses Spiel so kaputt gemacht, Alter. Sehr schön. Ich finde es lustig, dass... ...zurettungswürfe auf Verlagern gibt, aber es gibt nichts, was zu legit gegen Verlagern machen kann. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Jetzt ist er in seiner zweiten Phase. Nein! Wir sind am Arsch. Ja, aber das war gar nicht. Ich habe gesagt, es gibt zwei Rettungswürfe dagegen, aber... ...und wir sind hier drüben. Butcher Scheiße. Mist. Ich gebe mein Stus. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Der hat seine Rüstung an. Es ist sowieso so viel in diesem Spielstand jetzt falsch gelaufen. Ich meine, hast du gesehen, woran der Spectator gestorben ist? Nee. Die philosophische Kopie wurde getötet. Sie ist explodiert wie eine Stahlwache mit dem Schaden einer Stahlwache. Wundert es mich? Das sollte nicht passieren. Warum habe ich einen Bogen? Wir fragen nicht nach. Was prinzipiell ist das in deinem Koffer? Wie kannst du mit den dinosaurischen Kopien? Wie mehr oder weniger genau das? Nein. Spiel vorbei. Ich bin mal nicht tot. Egal. Alle guten Dinge sind drei. Oh, das ist doch so. Wem wäre es denn jetzt ohne das Spectator? Ich bin so kaputt. Ja, von mir aus. Ich wollte nur sehen, wie der sich einen Kampf schlägt. Nicht so gut, wie ich erwartet habe. Aber immer noch gut. Meine Kotasch hat dir jetzt ziemlich wehgetan. Nicht so gut, wie ich ihn wehgetan habe. Wenn ich da jetzt mal mit meinen... Zumindest gute Ablenkung. Ich bin auch in meinem Charakter jetzt mal reingehen und in der ersten Phase ohne dich ein reingesem Zimmer. Vielleicht schaffen wir es dann. Das wäre mal die Idee. Jetzt mache ich das mal nach meiner Ort. Dann schaffen wir das. Dann wird es noch mal spannend. Und Schluss. Das glaube ich. Ich spiele in der Zeit ein paar Rennen. Ich spiele in dem üblichen Rennspiel, was ich immer mache, wenn mir langweilig ist. Der Weg liegt vor mir. Sag mir einfach, wenn du Hilfe brauchst. Beziehungsweise, ich gucke alle paar Minuten mal rein. Ich habe die Dialog durchs Kippen. Ich habe die Dialog durchs Kippen. Du... Du fühlst ja, der hat die Dialog. Oh, du... Du weißt. Du hast die Dialog durchs Kippen angreifen. Das darin war eine Katzine. Sehr schön. Er ist... Ja. Natürlich. Okay, du stützt dich mal auf die Stahlwache. Blut folgt mich überall. Das ist gut. Dann hau ihn still rein. Soweit ich weiß, macht er dann aber auch dafür einen Zauberspruch. Aber es hat sich aufgehoben. So ein Scheiß. Dabei hat das Teil unseres Rennwache. Wo hast du das mit jemand anders gemacht? Ich habe es mit dem Mönch gemacht. Der wurde gerade von einer Stahlwache. Der hatte Konzentration verloren. Und von einer Stahlwache, die dann gemützelt wurde. Ja, passiert. So, dann gehen wir hier mal rüber. Ich hau den Wörterständler unter. Immer eine gute Wahl. Jetzt. Missed. Missed. So, der zweite Nahkampf. Der Kämpfer hier rüber. Und der wird zu Tode gesnipet. Der schmettert. Sehr schön. Sehr schön. Ein bisschen Heilung. Nachter Astarion. Wir sind zu weit auseinander. Vielleicht eine Durchwölke da drüben. Die Durchwölke ist immer ein guter Zauber. Er hat schon vielen Leuten den Arsch gerettet. Natürlich hat er sich aus dem Weg begeben. Naja. Nur zum Wege blockieren. Ja gut, dass die, dass die durchwölke ziemlich, ja nicht scheiße, platziert. Auf deutsch gesagt. Ja gut, das ist aber nicht, das ist aber nicht das Problem des Zauberst. Das klingt ja sehr gut. Oh Gott, es ist fast da unten. Ist er in der ersten Phase? Noch ist an der ersten. Pass auf, gleich ist er dran. Ist gut, ist er. Hä? Was hat dein Mensch gerade gemacht? Er wurde gehüpft. Was hat er getan? Er ist, er ist während er, während des Liegens, ist er durch die Gegend geflogen. Ah, er wurde geworfen. Nee, er ist eher gehüpft. Er ist nieglied gehüpft. Na gut, gab halt viele Boden, ne? Da passiert das mal. Okay, der Mönch ist am Arsch. Er ist da, er auch. Was, der nackt von der Unfege starben? Okay, das ist scheiße für mich, aber Kordasch hat gerade seine Bombe angegriffen und ist damit selbst zurückgeschmissen worden. Er hat sich gerade selbst beigetragen. Ich meine, das hat auch Kaderbomben gebracht, so wahr. Ja, nur so nebenbei, wenn du weißt, dass der Mönch und das Karion kurz vorm Tod sind, dann hauen sie in den Wald. Das sind Bonus-HP und Bonus-Dart. Nicht kurz vor dem Tod. Die Rüstung kriegen wir jetzt nicht dauernd. Erst und zweitem Modus. Gebt dein Bestes. Immer doch. Wenn die Rüstung dauernd ist, dann haben wir ihn. Dann haben wir ihn. Dann haben wir ihn durch den Tadel. Warum rennt denn der jetzt darüber? Du hast nur noch Kappen. Der Mönch steht noch hinter dir. Okay, jetzt nicht mehr. Spiel vorbei. Das ist eine Aussage. Was war denn das jetzt? Das war doch Kacke. Wahrscheinlich ein Buggy-Mess. Wie der ganze Akadrat bei uns. Komm, ich will ihn heute noch ausschalten. Das wäre doch... Ja, ich möchte übrigens an dieser Stelle nochmal anmerken. Bestes Multiplayer-Spiel 2023. Und der Homeworld-Goes-To-Ballers-Gate-3. Ja, und wir... Welche... Was waren die anderen Nominierten? Was zum Pick? Gute Multiplayer-Spiele. Warte, ich gucke es mal gerade. Jetzt Google... Es ist jetzt auch noch gegoogelt, also... Ich spiele das ja aus 2023. Ich bin sicher, es war ein Battlefield oder Call of Duty Teil mit dabei. Es war noch echt schon die ganz... Es war Dave the Diver, nicht bei Multiplayer, aber bei anderen Spielen mit dabei. Das hat mich auch so gestört, dass Dave the Diver nicht einen Preis abgewollt hat. Es hat mich gestört, dass Dave the Diver, glaube ich, bei Indie-Games dabei war, weil das ist ein Spiel mit EA im Hintergrund. Ja, aber... Ja, das ist alles andere als Indie, nur weil es pixelig ist, heißt es nicht, dass es ein kleines Team ist. Na gut, Details. Was ist denn das jetzt hier? Ja, das... Wie ist das? Stream Awards? Nee, das waren... Nein, das waren die Game Awards. Die gab es auch jetzt. Ja, die Steam Awards, aber die sind komplett irrelevant. Die Stream Awards, die gab es jetzt letzte Woche oder so. Der hat da von ein paar Streamern organisiert. Da hat die Marmalano mal was gewonnen. Das Best Outfit des Jahres. Die Stream Awards... Das ist nicht auch der Award, der ein bisschen kritisiert wurde, weil gesagt wurde, ja, lass meinen Stream aber im Hintergrund laufen. Ihr Papa Blatt hat irgendwie 50 Preise gewonnen, das ist irgendwie... Das war auch irgendwie... Frage... Das ist generell fragwürdig, der ist furchtbar. Ich hasse... Das ist der Multiplayer. Sehr, sehr schlimm. Okay, zur Auswahl stand Diabolo 4, Party Animals, Straßenkämpfer 6 und Super Mario Wonder. Okay, die Auswahl... Okay, die Auswahl... Okay, die Auswahl ist... Die Auswahl klärt es ein bisschen an der Raum... Nein, Street Fighter 6 hätte gewinnen müssen. Das ist ein perfekt funktionierender Multiplayer. Ja, Diabolo 4 ist schon ein bisschen... Komplett um... Diabolo 4 hat keinen Preis verdient, allein dafür, dass sie jetzt mittlerweile ein Pferdesattel für mehr Geld, als das Spiel kostet, anbieten als Microtransaction. Gut, nächster Versuch. Ich meine... Hat Diabolo... Was zum Henker? Okay, der Kampf ist verloren in der ersten Sekunde. Das Team ist tot. Was? Die Stahlwache haben uns... Wir standen sehr ungünstig. War es ein Stahlwachen-Krit. Das war ein Stahlwachen-Krit. Ja, das war ein Stahlwachen-Krit. Der Blackkang doch mehr hier drauf. Oh, aber ich habe jetzt auch gegrittet. Interessant. Ausgleich. Das war ein Krit von mir. Können wir es jetzt noch dreimal wiederholen? Das restliche Team ist am Arsch. Das ist ein Stahlwachen-Kritz. Das ist ein Stahlwache-Kritz. So ein Mensch fliegt mal hier rüber oder auch nicht. Wirdshape. Dann du auch in Wirdshape. Wir sind auch in Wirdshape. Die Mauer des Clowns. Okay, die Mauer des Clowns. Okay, turn up, Stoots. Oh nein. Vielleicht kann ich hier mal rüber. Mist. Das geht immer noch. Das ist gar nicht gut. Das hat den... Das hat Gotohs Dakei getötet. Nicht schlecht. Ah ja. Das sieht ja nicht so aus, aber was solls. Suboptimal. Immobilie verstümmelt ist natürlich scheiße. Ich kann trotzdem hier... Doppelchen erschaffen. Okay, der Starwind wurde gegrillt. Der Mensch wurde... Die Stahlbache getötet. Du wirst nicht diese Stadt nehmen! Hm... Ich bin auch nicht mehr weit. Jaaa... So lange du noch lebst ist alles gut. Ich hab noch die Eisenflasche. Für die zum Schluss noch wärmer. Oh... Das wär... Das wär ein cooler Move. Am Ende einfach sagen... Ich geh vielleicht drauf. Aber du auch. Hier... Spectator. Beziehungsweise beobachter. Jetzt super unterströmer. So. Yep. Das könnte eine Chance geben. Auch wenn der... Unverdus... Am Boden liegt. Kriege ich die Stahlbache jetzt wenigstens noch irgendwie weg? Natürlich nicht. Hey, was passiert jetzt bei mir gerade? Was ist denn bei mir gerade? What the fuck? Ich bin wenigstens mehr direkt da vorne. Ich hab nicht mehr so viele Smiles. Jetzt. Für Smiles wäre vielleicht wirklich ein... Sword oder Pfeiler-Dinkel... Gut gewesen. Hast du irgendwann... Smiles auf 9. Level? Jaaa... Ah, Scheiße. Er ist in der zweiten Phase wie am Verloren. Das ist so ein Mist. Du kriegst das schon noch. Nö. Ich hab keinen Bock mehr. Was passiert denn hier bei mir? What the fuck? Was passiert denn bei dir? Bei mir wechselt random immer die Autokamera auf Inn-Ansicht und mein Auto wurde jetzt dreimal einfach random nach oben geschleudert von irgendwas. What the fuck? What the fuck? Ich geh jetzt... Unfassbar. Ich hab jetzt beschlossen, ich lauf jetzt durch die Stadt und morne einfach. Und das war's für mich. Okay, du hast... Du hast Bock nochmal kurz was für Baal zu tun. Und das... Das sind ein paar bessere Kämpfer als hier mit Kotash. Das ist vielversprechender. Einfach gegen ein paar random Obdachlose gebrüht. Hm. Wir müssen Wut rauslassen. Pass auf, die meisten davon sind wahrscheinlich... Sind wahrscheinlich halb Illifiden. Alles besser als Kotash. Könnt... Sie ist positiv, du könntest jetzt auch gegen Orient kämpfen. Ne ich komm ja nicht zu Ohren. Bringe einfach den Jahrmarkt um. Ne komm Martin freut sich. Im Übrigen, sehr schön, dass deine Karte nicht mal lädt. Ja, ist normal. Das ist traurig. Im dritten Akt passiert das häufiger. So, wo geht's hier rüber? Hier geht's rüber. Hier sind ein paar unschuldige Töten. Ja, unschuldige sind die Besten. Ich empfange mit den Wachen, sie sind wenigstens etwas schuldig. Hä, ich glaube, in dieser Stadt ist niemand unschuldig. Nicht mal die Kinder. Ja. Ich sag's ja, das beste Ending ist immer noch, wenn man in Akt 2 einfach Gale in die Luft jagt. Dann hat man die ganzen Probleme nicht. Bist du nicht noch im Camp? Stimmt, du könntest einfach mal random den Orb hochjagen. Ich hab das noch nie gemacht, ich weiß nicht, was dann passiert. Und das Spiel endet. Ich hab's schon mal ausprobiert. Du kriegst einen kleinen Dev-Screen. Das ist relativ unspektakulär. Das ist wirklich... Geh zu Gortasch und jag ihn in die Luft. Ja, aber dann bist du auch tot. Ja, trotzdem, nur zum Stream beenden, einfach aus Prinzip. Symbolisch. Da komm ich nicht wieder hin. Ich hab da keinen Safe... Ich hab da keinen... Oh, sad. Ist eigentlich gerade ein Spielstand neu. Hängt gerade eh wieder bei 50%. Ah, 100%. Ah ja, hier die Gefährdengrippe. Hat das Bildschirm hinter uns. Was war das? Du meinst... Du meinst das Kloster, dass wir einfach übernommen und abgeschlachtet haben? Nein, das war schöne Zeiten. Als wir nachts eins alles platt gemacht haben. Als das Spiel noch gut funktioniert hat, meinst du? Ja. Als wir das Blut von Lafanda zum ersten Mal bekommen haben. Das war ein cooler Moment. Als wir das das erste Mal verloren haben. Nein, nein, nein. Ich mein, Akt 2 haben wir auch relativ gut gerockt. So. Ja, Akt 2 war auch spaßig. Und dann der Moment, als du einmal deinen Eid gewechselt hast und einfach Instant Oathbreaker warst. Ja. Was war's eigentlich? Du hattest Redemption, oder? Ich bin von dem... Leute... Zu Leute helfen bin ich da... gegangen. Okay, du bist von Vengeance auf Redemption gegangen und bist aus dem Knast ausgebrochen. Das war auch der Punkt, oder? Ja, Knastausbruch war's. Du kannst das darin hier mal in Feuerball casten, mitten in die Menschenmenge. Das wird doch mal was. Das kann ja und das tut er sehr gerne. Hier steht eine Wache, da stehen ein paar Zivilisten. Auf geht's. Ach, alle tot. Außen die Wache. Die kann sie nur. Ah, die ist jetzt auch tot. Hörst du, sie ist stark. Benutzt Dominate Purs. Ich war hier ein paar Zuschauer platt. Ist doch ein schöner Abend, so. Ich pflastere den Weg von Baldur's Gate mit Leichen. Du auch. Guck mal, hier ist die... Also normaler Dienstagent Baldur's Tor, meinst du? Zeitungsverkäufer nur an. Ich frage mich aber, ob man im Kampf wirklich aktiv Kinder umbringen kann. Kann man. Gut. Dann habe ich gerade. Frage geklärt. Ich bin ja dann an der Wand gefahren. Gut. Die laufen dir auch einfach in die Klinge rein. Die laufen... Die nehmen dich aktiv am Kampf mit Teil, aber du kannst halt wirklich... Dann kannst du halt zudehnen gehen und hier... Hörst. Das halten kann. Ich meine, an dem Punkt, wie gesagt, die meisten von denen sind sowieso infiziert. Das ist kein Verlust. Glitcher Treffer. Stimmt, ich kann ja fliegen. Jetzt nicht mehr. Stimmt, ich kann ja fliegen, jetzt nicht mehr. Ein HP, wie erbärmlich. Ich weiß ja, wo Barl ist. Das ist... Dann können wir den nochmal besuchen zum Schluss. Nein, nicht Barl, sondern der... 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 Der Sarahfog. Den können wir vielleicht zum Schluss nochmal abschlachten. Mach was du willst. Das ist mir nicht wahr. Das ist mein Spielstand. Unser Spielstand. Ich darf ja nicht mehr joinen, weil du... Ich darf ja nicht mehr joinen, weil du es so verbuggt hast, dass er es gemoddet zählt. Auch schön. Ja, es ist aber nicht der einzige Spielstand, bei dem das passiert ist. Das ist wohl ein relativ häufiger Bug im Multiplayer. Schade eigentlich. Beste Multiplayer 2029. Ja. Besser als Street Fighter VI, der tatsächlich funktioniert. Also ich meine, 2023 war das auch noch relativ schön. Ein Multiplayer. Muss man so sagen. Ja, das stimmt. Das hat das... Das liegt alles an dem Kuss-Update, ich sag's dir. Ja. Das wird sein. Nur weil die Leute nicht genug von dieser komischen Klerikerin, die wir nie mitspielen lassen, kriegen können. Okay, ich habe gerade eine Wache ausgelaufen, das war ein Kürz. Das Beißen. Die Faust. Ja, komm, das kann doch nicht sein, dass wir das hier verkappen. So in diesem Kampf hier. Ich werde hier gerade wirklich abgemützelt. Dein Ernst. Da ist eine Stahlwache. Ich schalte sie aus. Ich habe gesagt ausschalten und nicht dich von ihr ausschalten lassen. Das ist doch alles scheiße hier. Ging ein paar Wachen in der Stadt. Nicht mehr, das schaffe ich. Die Wachen von Baldur's Gate sind darauf vorbereitet, dass Leute... Unschuldig am Morgen. So ein Scheiß. Die sind einfach darauf vorbereitet, dass irgendwer... Wer einem Leute umbringt. Wie gesagt, das ist für die nur Dienstag. Normaler Dienstag, halt. Normaler Tag im Camp, wie vorhin gesagt. Und Bale ruft mal wieder zum Modes der ganzen Bevölkerung der Stadt auf. Normaler Dienstag. Ja. 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 Es ist auch wirklich toll, dass Orion nicht hinterfragt hat, dass du gesagt hast, ah ok. Es ist also ein normaler Tag. Das ist einfach nichts Suspicious ist, dass ich mich fand, wenn du nicht hinterfragt hast. Ah, schon wieder tot. Ich stelle das gar nicht so vor, dass dein Charakter eigentlich gesagt hat, ja leg sie einfach zu den anderen. Wir brauchen demnächst wieder ein paar neue. Ja. Auch diesen Kampf verkackt man mal hier gerade. Warum sind die Wachen denn, weil das geht so gut. Ja. Ich denke, ich werde das abholen. Die verdammte Stahlwache macht das Ganze schwierig. Okay, damit war es das auch. Nochmal Wildshade. Vom Druiden oder von den anderen beiden? Okay, es kommt noch mehr Waffenwaffen dazu. Ich glaube, ich bin da hinten vielleicht mal vorwinken. Da wurde der Zirkus. Der Zirkus war vielleicht gar keine so schlechte Idee. Warum sind wir denn so schlecht? Im ersten Durchlauf habe ich die Stahlwache auch problemlos. Weil die Würfel sagen, nein, heute nicht. Und vielleicht weil ich derjenige, der mit tatsächlich ordentlich Skill in dem Spiel nicht dabei sein kann. Vielleicht die Kombination aus beidem. Aber vielleicht haben wir auch einfach scheiße gelevelt und schlechte Ausrüstung. Haben wir ja eigentlich nicht. Hast du versinnlich auf den Honor Mode gestellt? Da kann man die Schwierigkeiten ein bisschen runterstellen. Ich glaube, wir haben es auf dem mittleren Modus. Also auf dem... Nicht auf Taktik. Die Hautmitte ist nicht leicht. Oder ich kann mal auf dem Honor Mode so stellen. Mal schauen, wie schnell wir da abgenutzt werden. Zwei Sekunden. Tut mir leid, das zu sagen, aber... Du bist nicht gut genug in dem Spiel, um auch nur Akt 1 im Honor Mode zu schaffen. Ja. Mal gucken, wie schnell so ein Stadtwachenkampf... Wahrscheinlich zweimal... Zwei Gebe und dann... Vier Gebe. Die haben wahrscheinlich alle Legendary Actions. Und Legendary Resistances. Der Grotisch kann von Honor Mode. Let's go. Ich meine, er geht, aber... Der ist, glaube ich, sogar dafür richtig schwer. Ich meine, der ist jetzt schon schwer. Die wahnsinnig genug sind. Es gibt ein Achievements dafür. Ich weiß nicht, ich bin eine Scheiße zusammen. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, dass du in einen großen... Hier ist der Zuckus. Ah komm, der Zuckus, lass mal anfangen. Ah, hier ist nochmal Oren, vielleicht kann ich die nochmal. Ist sie da wirklich nochmal? Ja, da ist der Schmied dort, der... Was ist der Plan? Ah, ich kann es ja eh nicht, weil wir nicht ein Multiplayer sind. Sie hätten auch die Reporterin sein können. Bringt das jetzt was, weil die... Ich kann ja wahrscheinlich eben nicht mehr wechseln. Ach, was soll ich denn dort? Kannst versuchen, ob du wechseln kannst. Das war jetzt vielleicht nur wegen dem Story-Gespräch. Das vielleicht irgendwie so ein bisschen relevant ist, dass du weißt, dass jemand entführt, wo er lausen kann. Okay, sie ist nicht. Aber ist er jetzt freundlich? Kannst du mal ihm Sachen kaufen? Nee, er lässt ihn mich nicht. Belästigt mich nicht weiter. Wenn er ausge... Ja, klar. Wenn er ausgenockt wurde, dann... Belästigt dich nicht mehr. Du hast den Tod gefällt. Dann stichst du ihn einfach ab. Ich hab ihn zugekulte gesmiedet. Divine Smite. Also göttliches Widerstrecken. Ja. Wir wurden gerade bei... Dein Paladin ist alles anders als göttlich. Ja. Wir wurden gerade bei Divine Smite, sonst da ist ein Tempel. Auf geht's. Schlachte den Tempel. Ich frag mich, ob sie irgendwann mal wirklich ein Ending einbauen, wenn du... Wenn du so drauf bist, dass du jeden auf der Map, jeden NPC, alles was es gibt... Ich weiß nicht, ob das möglich ist in Battle of Skate 3. Es geht. Gerade in der Stadt. Die respawnen nicht, die Leute. Gute fixe Anzahl. Also göttliches Widerstrecken. Ein Kloster. Ich frag mich halt, ob sie dafür irgendwie ein Ending eingebaut haben, wo du Glückwünsch von Baal kommst. Kriegst du oder sowas. Ah, es gibt einen Baal, den ich denke. Ja, aber ich... Wenn du ihm da gehörst, sowas... Kriptischer Fehlschlag? Wenn ihm normal sowas... Was war denn der Scheiß? Kannst du mal drauf gehen. Da kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte. Ähm. Ich meine, hier hat ja alles angefangen mit dem... Mit dem Mordermitteln. Jetzt gibt es ja neue Morde, die wir ermitteln können. Deine. Du hast jemanden ermordet. Du hast jemanden ermordet. Du hast jemanden ermordet. Das tut mir leid. Was? Ich hätte mich jetzt ausreden. Einmal rausreden. Das klappt beim Dark Urge ziemlich gut. Ich werde ja auch überzeugen, dass er sehr viele Bohnen hier hat. Ich bohre dir jemanden vor den Augen, der Stahlwache war nur ein Versehen. Okay. Einfach mal ein 40 draufgewürfelt. Einfach da zu stehen und die auch noch umbringen. Was ist denn mit dir? So nämlich. Oh. Dein Mönch lacht. Ach, das müssen wir manchmal. Hast du Shatter eingesetzt? Keine Ahnung. Ich habe zerschmettert und dieses... Wahrscheinlich hast du geschatten. Ja, du hast Shatter eingesetzt. Ja, das passiert manchmal. Das ist ein Zeitdefekt von dem Amulett. Jetzt habe ich wieder Wachen gegen mich. Das ist ein Zeitdefekt von dem Amulett. 3 Wachen weniger Ach da sind sie, da kommt die Verstärkung Oha, wie viele Wachen haben die denn hier im Kloster? Die haben einige Hey, da wurde vor kurzem mit Mord verübt Das ist keine Stahlwachen Als ob du dann keine Wachen da hast Und da passieren gleich noch mehr Morde, also es ist nur sinnvoll, dass man Wachen da hat Wie ist es keine Stahlwache Wie ist es noch? Questmarker? Ne, den vertrauen sie doch nicht Ja, der Questmarker vielleicht Das Amulett zurückbringt Der ist auch Buggy Nein, der ist Buggy! Das ist ein Wachstum Oh, Astaran ist tot Interessant Schon wieder? Ja, er wurde von einem Feuer-Element Gerüstet Ah, passiert Das ist ein Wachstum Ich schlossabwehren Was ist das nochmal passiert heute? Sooo, die Margarine hat gemetzelt, dann ist der Feuerding auch weg. Sooo, warum habe ich Dunkelheit? Wahrscheinlich auch mal durch irgendeine Sache dazu bekommen. Ich glaube, die hast du beim Level Up mitgenommen. Obwohl ich gesagt hatte, nein, mach nicht, haben wir schon. Ich weiß nicht, ob die Gäste sind. Das war nicht so gut. Dann hört nichts. Das war nicht so gut. Kann sie weiter bewegen? Nein, kann sie nicht, steht auf. Jetzt liegt sie wieder, aber tot. Jetzt macht der Balls-Effekt. Wenn wir es melden, hat auch Sinn. Ja. Noch mal Dark Earth spielen. Diesmal tut man da. Wo ist der Unterschied zum aktuellen Durchgang? Irgendwie nicht mehr. Schade, dass ich keine von uns da gut gespielt habe. Ich hätte noch ein paar extra Steen gegeben. So, der Tempel auf der Hand ist jetzt ein Friedhof. Wo ist denn der... Ach, da drüben steht er. Der letzte Problem. Die Strahle hellige Nacht aus. Die Verbündeten dann ermutigt. Aha. Die Strahle hellige Nacht aus. Die Verbündeten dann ermutigt. Imperative. Imperative. Der letzte. Der letzte. Der letzte. Der letzte. Der letzte. Freilichens. Beast-E士am und Siegulate. Drinszwein, daß der letzte. Vor allem sipела. Jetzt gucken Sie nach das Musik. Wie wenn Sie festlegen? Doch. Erst nunamosまで. Ich habe ein paar Vorstellungen gebracht hier zu Metzeln, kannst du noch stehen bleiben Okay, wir greifen uns aber nicht an Untote kontrollieren Und ja, das lustige ist, du kannst aber theoretisch Katherick kontrollieren, er ist nicht dagegen geschützt als einziger von den Bossen So, hier sind noch weitere Leute Oh, Wachen Und es hat sich aufgelenkt Oh, geht wieder Ähm Ich bin hier, hinter euch Täuschen, jemand hat mich behext und ich sollte, ihr solltet euch kümmern Einschüchter, wenn ihr mich nicht, wenn ich jetzt nichts dran sein sollt Solltet ihr euch jetzt umdrehen und verschwinden Überzeugen, es war doch nur eine freundliche Rauferei, kein Grund zu aufregen Ja, das war nur eine freundliche Rauferei Das ganze Kloster abzuschließen, äh, abzuschließen Schlachten Sester, Erfolg Du kannst gehen Mal schauen, wie oft ich das hinkriege Es habe das nacheins genommen Und das ganze Zeit Ich habe mich auch gesehen, was ich hier in etwa Ja, du kannst dich anschaut mal Ich bin wie oft Ich bin wunderschön Ich bin wunderschön Bistos Ich bin wunderschön Sie müssen wir ja So machen alle. So, da ist die... Die Necromancerin von drüben auch. Seht euch neben dem Zirkus. Hatte genug. Mal bitte. Das war eine Stamke durch den Stroh. Ach, schade. Mal bitte. Ich sehe, das Spiel steigen noch weiter. Ist auch noch mal zurückgelassen. Ich lege da noch hin. Ach, also. Ja. Ist hier noch jemand? Natürlich nicht. Das Kloster ist. Ist aufgeräumt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Gäste mich anschauen. Ich weiß nicht. 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 Das wunderschön. Nicht der einzige Tode hier. Du solltest beginnen. Ich glaube, ihr könnt jetzt hier rein. Die Flüchtlinge hier. Die Flüchtlinge haben Mitleid mit uns. Lasst uns doch mal rein. Mit wem? Mit wem redet sie? Die Flüchtlinge werden wieder öffnen. Sie sehen, die guten Menschen, die Heilige Menschen. So viel dazu. Okay, das ist jetzt wirklich sehr, sehr buggy. Ich wollte noch mal kurz auf den Zirkus. Ich kann bei diesem Stream mit dem Zirkus spenden. Komplett im Blutgebot dazu. Und ohne Astarion. Was schade ist, weil er ist nackt. Wer von uns kann Musik spielen? Das wird keiner. Du. Du hast Proficiency, weil du mit der Barling gesungen hast. Vielleicht können mich zu einem anderen Sitz erstellen. Anderen Musikanten. Die hassen das. Ich glaube, die werden dich dafür beleidigen, weil du ihnen die Kunden abgreifst. Nein, diese nicht. Der andere darf mir gut. Haben das nicht alle gemacht? Er spielt sogar mit mir. So dort spielen wir jetzt. Was spielt ihr denn? Die Macht? Was sonst? Immer. Den Bahnen kannst du nur noch spielen. Ich habe die Spindelhörer. Damit kannst du dieses andere coole Lied machen. Nee, der spielt, glaube ich, nur ein Random-Lied. Ein anderes. Sicher? Relativ sicher. Schade. Er spielt es irgendwie besonders gut auf. Irgendwie sowas mal da. Das ist mit. Mehr Erfolg auf. Mehr Chance auf Erfolg auf. Mehr Chance auf Erfolg aufzuführen. Also trotzdem überhaupt nicht, wenn du keine Profession see hast. Du verdienst einfach mehr Geld. Okay. Das ist aber wild, dass Baden die einzige Klasse ist, die Geld verdienen können. Außerhalb von Kämpfen. Na doch. Jetzt hast du hier... Da mehrere. Aber am Anfang war das so. Sing für mich. Von Göttlichkeit und Sünde. Die hohe See der Königin. Ja, genau. Das war mal eine... Da ist super viel dabei. Ich habe mich dran an, das war mal am Anfang so, dass man da viel... Viel. Ja, du hast dieses eine oder andere Ding. Aber da ist mittlerweile super viel mehr dabei. Dann schauen wir mal. Außer du hast deinen Spielstand so gemoddet, dass da jetzt plötzlich mehr Sachen dabei sind. Ich kann nur die Macht statt von eins und Baden tanzen. Ich kann nur deinen Charakter so viel. Schade. Und dein Charakter kannst du nicht spielen. Der Charakter kann nicht spielen, aber... Jetzt nicht mehr. Das ist verpackt. Jetzt kannst du das nicht mehr. Ach, wir reden einfach nicht über Bugs. Irgendwie... Bugs in deinem Gerücht. Es ist nicht ein Bug, es ist ein Feature. Ach, mein Spiel geht nicht mehr. Es ist ein Feature. Ich bin wirklich gespannt, was Todd Howard zu Elder Scrolls 6 sagt. Wir können uns drauf verlassen, es ist gelogen. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein gutes Spiel haben. Joa. Starfield hattest du nicht gespielt, oder? Ne, habe ich auch nicht vor. Gut. Denn überraschenderweise, jedes Wort, was zur Probe von Starfield gelossen ist, war gelogen. Mal wieder. War das nicht das Spiel, was irgendwie bei... bei Game of the Year, das was irgendwie in vier oder fünf Kategorien nominiert wurde? und nicht einen Titel, äh, nicht einen Lesbitten hat. Nominiert? Es gibt doch diese Memes von dem Chefentwickler, der da im Publikum sitzt und mit jeder Kategorie, die er von nicht haben und nicht gewinnt, immer einen mieseren Ausdruck im Gesicht kriegt. Ja. Die Nominierten sind es da, wie bei Deus Gate. Und das... Die Nominierten sind es da, wie bei Deus Gate. Und das ist gelogen, also... Während bei... Da gibt es doch diese... diese Reels mit... mit... also bei Deus... bei Deus Gate gewinnt und... während bei Deus Gate sechs Preise abgewinnert und... Ja. Und die Spider-Man-Fans, die blütend waren. Weil Spider-Man nicht gewonnen hat. Ja, es ist... Einerseits war es noch nie wirklich... nicht hier wirklich raus. Andererseits... Ich meine, bei Deus Gate hat es auch... Bei Deus Gate 3 hat es auch verdient. Ich finde die Kommentare so gut von... Ja, ich finde auch die Kommentare von... Spider-Man-Fans so gut. Ja, ich wollte jetzt mal dieses scheiß Spiel, was Spider-Man alle Preise abgezogen hat, angeguckt, damit ich es haten kann. Es ist leider echt ein gutes Spiel. Also bis... Bis auf unseren Spielstand jetzt hier, das kann man ja dem Spiel jetzt irgendwie nicht... Wir haben es komplett kaputt gemacht. Es ist jetzt... Deswegen ist das Spiel ja jetzt nicht scheiße. Das ist da... Das kann man jetzt nicht wirklich... Ich meine, es 3 ist schon ein bisschen... Naja, aber... Act 3 ist ein bisschen furchtbar, meinst du? Es ist auch... Ich meine, man hat es ja auch einfach als einzelnes Spiel verkaufen können, von der Größe her, aber... Es ist halt auch einfach... Ist auch... Das Spiel ist gut genug, damit man es dem Spiel verzeiht. Verstehst du, was ich meine? Also auch wenn man... Ja, die meisten Bugs sind ja auch lustig, aber... Aber... Vielleicht hat das ich jetzt nicht mehr joinen kann. Auch wenn man... Auch wenn man... Auch wenn man dem Spiel aufgrund der Bugs... Und in Act 3... Fünf Punkte abzuknippen... Gibt es halt immer noch ein 10 von 10 Spiel. Verstehst du, was meine? Es hat immer noch... Es könnte eine 15 von 10 sein, Aber es ist halt nur eine 10 von 10. Das ist halt... Das ist ungefähr etwas. Ich bin mittlerweile eher beinahe 7,5 von 10. Ziemlich gut, aber Act 3 nervt. Ja. In Act 3 macht immer noch Spaß. Das ist halt... Spaß macht es auf jeden Fall. Aber... Das ist halt schade. Es wird hoffentlich noch gefixt. Ich konnte Act 3 jetzt wegen den Bugs nicht einmal wirklich durchspielen. Du musst du noch mal privat noch mal spielen. Nee, werde ich nicht. Ich habe zu viel Zeit damit verbracht. Schon. Ich habe es jetzt schon... Wenn ich den da kurz spende, habe ich es zweimal durchgeschafft. Habt mal. Ja, ich habe dann... Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich jetzt an dem Punkt, Das das Spiel mich ein bisschen ermüdet. Ich habe bestimmt wieder mal Lust drauf. Ja. Also ich muss sich aber auch sagen, Nach 3 durchläufen. Das ist dann auch mal... Ich werde den privaten Durchgang vielleicht noch mal ein bisschen weiter spielen. Wenn ich Bock drauf habe, war... Ich mache vielleicht mal wirklich einen komplett gemoddeten Durchlauf, wo ich mal die coolen Klassen spielen kann. Also auf YouTube ist es dann auch vorbei, wenn ich mit Darko und Stoich bin. Da muss noch ein bisschen... Ich glaube, ich stehe gerade kurz vor Uhren. Da muss noch ein bisschen... Und das ist eine Nährung dort. Aber das ist eine Nährung dort. Da muss noch ein bisschen... Dann muss noch ein bisschen... Und dann... wir sehen uns nächste woche wieder dann bist du immer noch live wollen wir noch was anderes spielen da ist jetzt auch gut wir haben 23 uhr irgendwas könnte theoretisch noch sagen was du gern für dein für unsere private die in die runde spielen ist das kurz erstellen das spielen industrien schon weißt klasse und so was das vielleicht das kurz erstellen ich bin hier sowieso in beyond gerade drin und taktik das ist einer modus kann dann kann ich gar nicht ausweber das aus dem du kannst du kannst du bist du kannst das nicht ändern also kannst du kannst nicht oder ich bin schon gestorben dass du kannst halt einfach nicht mitten heraus ändern damit treibt nicht und du musst das von anfang an ja dann mal ab ins haupte mühe ist ja dann auch lang genug gewesen sein für so ein steam die hand tut es mir wirklich leid dass wir das nicht beendet haben den durchlauf aber doch man stand das team heute habe ich habe zweit in den untergrund reingeschafft war schon kurz vor über das tür spielen wir nächsten samstag halbworts oder wie ist der plan naja stimmt du wolltest du noch durchgucken was ich alles so an sachen rausgesucht habe nächste worauf halbworts oder wie ist der plan wie gesagt wenn du mir nicht sagst dass du auf irgendwas von dem zeug mehr lust hast dann ja ich würde sagen ja aber ich würde es wird es dann an nach hinten im nachhinein schieben ich würde jetzt ich hätte schon bock auf parworts das mal anprobieren und wenn wir dann wenn wir dann wenn wir dann damit durch sind dann können wir dann können wir was anderes spielen wir können es ja die die jetzt vorgeschlagen hast auf aufheben und dann wir werden auch nach war wird noch ein projekt brauchen ja dann habe ich das jetzt gerade kurz rein ist ein bisschen mehr als ich ausgeben wollte aber wenn du es nicht ausgeben wir es dann spielen was nicht dann spielen wir was dann suche ich mir was anderes aus der liste ist nicht dazu zwingen da da schon dabei wirst ich dazu jetzt so ist jetzt auch ich würde es jetzt nicht dazu nötigen ja für meine steams geht es nicht hätte ich hätte ich hätte ich hätte im zweifel bis bis 40 für uns beide ausgegeben jetzt ist halb 30 für dich aber hey passt schon dann vielen dank jetzt muss ich das noch mal machen vielen dank auch generell sage ich mal offiziell nochmal danke fürs für dieses let's play irgendwie waren jetzt irgendwie mehr als wie viele streams war das jetzt ich glaube der zwölfte stream war das jetzt sollte mal zwölf steams dank wo das geht drei gespielt es war schon haben wir schon wann haben wir das angefangen letztes jahr noch glaube ich so und dann haben jetzt mehrere monate durch gespielt dann haben wir es oktober november und dann haben wir das angefangen die durchläufer schade dass das jetzt so enden musste aber das soll man machen jetzt mal schon absehbar ich genieße kann auch die musik in den credits der sound weg aber das ist der beste sound weg auf die jahre ist auf jeden fall der sound weg ist es ist 20 von 10 der sound weg ist es ist ein bisschen abgeschickt und großartig haben wir einen plan für nächstes Der Power. Gut, na dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teamprojekt. Mit Model. Bis zum Park. Irgendwo dann Monster abschlachten. Machen wir genau dasselbe weiter. Nur mit Trottel. Unschuldige Monster. Und auch mit Maschine werden. Ich meine Schrotflinten. Ich meine Maschinengewehre und Schrotflinten sind in denen die auch möglich. Und overpowered ja auch nicht wirklich. Weil wenn du dir die Space anguckst. Von overpowered her. Theoretisch ist alles möglich. Guck ich auch mal nach Perrward Mods. Weil das ist kein Problem mit Mods. Weil das ist kein Problem mit Mods. Mal was mit Mods spielen. Ich wär dafür das Blut zu erleben. Ich bin generell nicht so ein Fan von Mods. Bei Among Us habe ich damals ein bisschen mitgemacht mit Mods. Aber auch das wurde mir dann irgendwann wissen. Es geht mir nur darum. Wenn es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gegeben hätte. Für Menschen die tatsächlich angreifen können. Da hätte ich das mitgenommen. Aber ansonsten. Ich weiß noch wie bei Among Us damals gemoddet wurde. Das wurde mir auch irgendwann. Als dann die zwanzigste Rolle mit dazu kam. Wo ich dann gesagt habe. Äh ne. Da musste es dann. Wo dann nur noch mit Mods gespielt wurde. Wo man sich irgendwie dann. Die x-te Rolle mit einlesen. Und musste bevor man da mitspielen konnte. Wenn man dann irgendwie Chakal und so weiter noch da gab. Und irgendwie da noch Mafiosi und so weiter. Und irgendwas da. Da wurde dann. Irgendwann. Nun ich sag mal so. Es gibt den Grund warum das Spiel mittlerweile tot ist. Und weil die Entwickler auch nur teilweise drauf gehört haben. Es ist halt. Und. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Am Anfang das. Das Mod verstanden. Weil die. Wenn die Entwickler gesagt haben. Wir machen nur die. Am Anfang gab es ja nur zwei Rollen. Also den Imposter. Und den. Und den. 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 Und. Da haben sie sonst jemand gesagt. Wir wollen halt noch ein bisschen mehr. Und haben halt dann. Sachen wie. Das erste war glaube ich der Sheriff. Dass da so ein bisschen da. Da müssen das. Dass da jemanden gibt's der. Mit entdecken muss der. Der gucken muss und da. den mörder enttaten muss ohne selbst da man so ein bisschen schutz hat vom monat dann würde ich auch das dann direktiv ausgemacht wurde und dann kam dann lava gaben aber fand ich noch ganz gut sag wo es dann das finde das wenn das zwei zusammen verliebt waren wenn der eine ermordet wurde die wurde der andere auch noch ist der weg mit getötet worden ja nur damit du das weißt das sind alles wollen die es sei x jahren in der bergung gibt und werbe ist da wie gesagt das ist es sind alles rollen die es seit x jahren in ttt gibt das ist nichts original das ist alles nur rüber kopiert quasi derzeit und die wicke haben da ich glaube ich glaube sheriff wurde dann irgendwie auch eingeführt und dann ist es gab ein paar sachen diese mit übernommen haben aber sehr wenig und das wurde dann irgendwie da sieht man wie ein community support nicht funktioniert bei der skate macht es genau richtig das funktioniert ja ja die die haben jetzt gesagt hey ihr wollt ihr wollt modding cool ok cool unterstützen wir machen demnächst in game workshop das heißt mods werden auch semi offiziell in game workshop aber nicht mit geld oder nein das ist ja was wir sagen das ist ja nicht das ist das ist ja ich habe neulich erst ein interview von es wird kein pferdesattel für der pferdesattel ist ja man ist ja auch schon inzwischen mannen weg den gab es auch gab es auch ein depon ja nicht deponier sondern manche er nimmt in dem neuen mann geändert ja weil es unglaublich lächerlich ist ich glaube dass sich euro oder so gekostet von welchem von welchem spiel kam das alles das war das war damals ein spiel irgendwie welches spiel ist oblivion wurde so wo der was als kaufbares die sie glaube ich dazu war und nichts gebraucht hat es war ein kaufbarer mod in einem modbaren spiel wurde auf nexus 20 von den dingern hast und es waren halt wirklich 50 euro oder sowas die proffekt haben erfüllt hat ich mein bei ich meine mann kellens ich habe es mir auch gekauft einfach weil als support ding einfach weil es um die entwickler zu supporten da ist es ja auch lustig es ist lustig und es ist und hat eine foto das spiel finde ich immer noch scheiße aber uns hat zwei funktionen du kannst es zweimal im spiel benutzen es gibt zwei benutzen zwei es gibt zwei momente wurde die benutze wo das ding benutzen kannst es hat also eine funktion und keiner davon ist es ist es ein pferd zu reiten einmal kannst du es am ende glaube ich mit dingen und mit der frau den geibarsch benutzen und ein anderes mal und wo noch mal einen anderen kam da gibt es naja möchtest du mir aber gerade noch die sachen sagen damit ich gerade den charakter kurzwillig bauen kann ja ich bin ich muss mal sagen ich bin ich bin jetzt endlich mal den stream und da ach du bist immer noch nicht wenn man auch im stream drin leider und ich habe es gerade mal nicht ausgemacht daten weiter sorgen scheiße das hätte ich den zuschauern aber jetzt noch gegönnt ich bin noch das stream dann dann können wir das noch machen meinetwegen ja dann habe ich das auch alles bis gleich ich bin ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020